Hallo und herzlich willkommen zu der freudigsten Einstieg für irgendein Duskmon Review, das es geben wird. Denn jeder wird am anderen so, es gibt einen dunklen Wald und in diesem dunklen Wald ist ein dunkles Haus und in diesem dunklen Haus ist ein dunkler Geist und der dunkle Geist hat Mundgeruch. Wir hoffen, dass ihr keinen Mundgeruch habt für alle in eurem Leben und euch selbst. Aber was wir auf jeden Fall für euch haben, ist unser beliebtes Format Spiel oder Exil, in dem wir über die Duskmon Previews gehen, unsere Highlights und Lowlights aussuchen. Und ich meine in dem Fall, wer sind wir? Ich bin der Freddy, professioneller. Und da ist Jochen. Hi und ich möchte sagen, es gibt einen Fall, in dem es gut ist, wenn ihr Mundgeruch habt, nämlich wenn ihr sehr viel Knoblauch gegessen habt und in einem Raum mit einem Vampir seid. Fuck das doch nicht. Fledermaus. Maluigi ist nicht in dem Set. Ja, Marius ist auch hier. Ich bin auch da, hallo. Der verschiedene Beasties selbst schon auf T-Shirts designt hat, aber eher für der Monster Hunter Variety. Für Leute, die das nicht wissen. Es könnte sein, dass ihr da draußen ein Shirt von ihm habt und gerade trägt. Und wenn das der Fall ist, schickt ihn 10 Euro. Einfach so. Ihr googelt einfach Marius Kauer und da ist dann direkt der Button 10 Euro schicken. Du bist Marius, kann man sagen, oder? Der Banksy der Textilkunst. Oh, ja, das auch. Aber auf der einen Seite ist es halt, im Endeffekt ist es so, Marius Kauer googeln, Button drücken 10 Euro. So ungefähr funktioniert das auch mit unserem Sponsor übrigens. Wie gesagt, wir haben das letzte Mal schon darüber geredet, die 23 Millionen im Monat für jeden von uns reichen. Aber ab und zu bekommen wir dann halt auch so sexy Sachen. Weißt du? Das hier ist zum Beispiel gerade mit dem Bloom Burrow Set. Ich habe mich da ein bisschen eingedeckt. Die sind da ein bisschen sehr, sehr schön. Und die Sachen, die sie zu Bloom Burrow gemacht haben, mitunter natürlich auch das absolut beste Mischgefühl, was es auf dem Markt gibt. Beste Protection für eure teuren, teuren Karten. Ich habe neulich wieder einen teuren Kauf gemacht. Und sobald der ankommt, werde ich ihn direkt in Katana-Sleeve packen. Und genau, die machen einfach wunderschöne Sachen. Sie haben auch unfassbar tolle, tolle Playmats. Und ich finde, Playmats ist immer so ein bisschen, das ist so wie deine Homebase, die du dir aufbaust. Weißt du, du kommst im Local Game Store an oder bei der Magic Knight an und rollst deine Playmats aus. Und dann wissen alle anderen, alles klar, der Junge, der steht auf schwarz oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was man da rauslesen kann. Aber es gibt bestimmt Leute, die da was rauslesen können. Also für mich ist tatsächlich ausschlaggebend, dass die Karten auch nach ganz vielen Spielen, die Sleeves, nicht dieses Mischkleben kriegen. Es gibt es durchaus, wenn man ganz viel gemischt hat, dass die so aneinander wappen. Selbst wenn man nicht die ganze Zeit Leberwurst isst, während man spielt. Und das haben die nicht, sondern das geht tatsächlich einfach immer flott durcheinander. Manchmal so flott, dass ein frisches Deck einfach sich von meinem Schreibtisch verabschiedet. Ja gut, das passiert auch. Öfters passiert. Ja, aber ihr wisst auf jeden Fall, dass das Produkt gut ist. Weil nach der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, ist Marius auf einmal mitten in der Konversation leise geworden und hat sich die neuen gespoilerten Squaro-Boulder angeschaut. Und dann, wenn man weiß, wenn einer mitten in der Konversation still wird, weil er sich was anschaut, irgendwie muss er ja das Produkt mögen tatsächlich. Good stuff. Also, Noll, unser Link unten folgen. Wir bekommen einen Kickback für Ultimate Guard. Und das geht jetzt natürlich rein mit den Klassiker-Spieler-Exil. Wieso ist das ein Klassiker? Naja, weil ihr habt, es gibt so viele Möglichkeiten, Sets zu reviewen. Aber wir machen das ein bisschen anders. Wir schauen uns ein Set an, wählen zwei bis drei Highlights und Lowlights raus. In diesem Fall war leider schon der Hyphoon oder Sharknado vergriffen als Horrorfilm. Den gibt es in Duskman diesmal leider nicht zu sehen. Aber was ihr definitiv dann sehen könnt, ist halt, wir besprechen dann unsere Picks, weswegen wir davon überzeugt sind, dass sie gut oder schlecht sind auf irgendeine Art und Weise. Und geben die dann quasi zu einer Art Public Vote. Spiel ist, wir finden es gut oder stimmen zu und Exil ist, wir lehnen es ab. Dabei ist es ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass unsere Bewertungen komplett, komplett objektiv sind. Das kann alles bedeuten. Also, wir können Karten wegen dem Artwork nicht gut finden. Wir können, äh, wir können Karten lieben genau für irgendeinen Drawback oder einen Story-Moment. Oder einfach, weil, ähm, die deutsche Rechtschreibung missachtet wird. Äh, subjektiv. Sonst haben wir in den, äh, wenn du nämlich objektiv sagst, dann werdet ihr in die Kommentare gehen und sagen, Moment mal, das stimmt überhaupt nicht. Ich war sowohl bei den Vereinten Nationen, als auch an der Börse, als auch beim, weiß ich nicht, Innenministerium von Österreich. Und die haben nicht gesagt, dass diese Karten ein Spiel oder ein Exil kriegen. Das heißt, ihr lügt. Tun wir natürlich nicht. Aber, also, zumindest nicht immer. Aber immer öfters. Ich hoffe nicht. Und, wie wir anfangen, ist mit der Person, die sich am meisten auf dieses Set von uns gefreut hat, wahrscheinlich. Und das ist der liebe Marius. Dann sagen wir mal an, wie würde so ein Spiel oder Exil potenziell aussehen? Gib uns mal ein Beispiel. Okay. Also, ich starte mit, äh, einem meiner liebsten, äh, oder beziehungsweise einem neuen Kartentyp. Sagen wir es mal so. Ähm, und zwar haben wir das erste Mal, äh, Rooms, oder Räume auf Deutsch, äh, in Magic the Gathering. Die werden jetzt mit Daspawn eingeführt. Im Endeffekt, ihr könnt es euch vorstellen, es sind wie diese Dual Cards. Also, es sind zwei Effekte auf eine Karte gedruckt, die beide einen eigenen Mana-Wert haben. Ähm, aber man muss sich nicht, also, man kann sich dafür entscheiden, was man als erstes castet. Es gibt meistens immer eine Seite, die ein bisschen weniger kostet und eine Seite, die dann für Late Game, oh, hier kannst du viel Mana reinpumpen, Effekt hat. Äh, und im Endeffekt spielst du das. Mein Beispiel, was ich, äh, mitgebracht habe, ist Charred Foyer und Curved Room. Also, es ist so eine Kombikarte. Äh, Charred Foyer ist, äh, drei Beliebige und ein Rot und sagt, at the beginning of your upkeep darf ich die oberste Karte meiner Bibliothek exilen und bis zum Ende meiner Runde spielen. Und dann hab ich auf der, das ist quasi ein Enchantment, das spiel ich, die für quasi vier Mana, äh, und dann bleibt das auf dem Feld liegen. Das, der andere Effekt bleibt quasi mit der Karte liegen und ich kann zu jedem Moment, wo ich das Mana dafür offen habe, quasi diesen Effekt, äh, entsperren. Also, sie nennen es den, den Raum aufschließen, unlock the room. Und dann kann ich quasi, äh, sagen, oh, keine Ahnung, in Runde sieben oder sowas, wenn ich dann die Mana beisammen habe, um es auszugeben, kann ich Curved Room, äh, ähm, aufsperren für vier beliebige Mana und zwei Rot. Und, äh, das sagt von wegen, einmal in der Runde kannst du null Mana bezahlen, also null beliebige Mana bezahlen, ähm, anstatt die, ähm, die Mana kosten eines Spells, den du vom Exil castet. Das heißt, einmal in der Runde kannst du komplett, das heißt komplett Zero, gell? Gar keine Mana, for free spielen, ne? Also, nicht bloß der beliebige Part wird verringert, sondern einmal ich, äh, ich exile meine Karte im Exil mit dem einen Effekt auf der einen Seite und quasi dann, wenn beide Räume unlocked sind, dann mit der anderen Seite for free spielen. Und deswegen hat die Formel 8. Es sei denn, es schlägt Trinis 4. Äh, warum? Was macht das? Alle, immer wenn du was casten würdest, was weniger als drei kosten würde, zahlst du stattdessen drei. Ah. Und tatsächlich gibt es in der Berechnung der Mana kosten am Ende den Trinis 4-Step. Er heißt so. Ja. Ja, das ist manchmal mit Replacement, mit Replacement-Effekten muss man immer ein bisschen gucken, in welcher Reihenfolge die abgehandelt werden. Ja. Aber, ja, so ist das. Und in Thunder Junction gab's, glaub ich, auch ein Artefakt, was sagt, wenn ein Spell gecastet wird und keine Mana dafür ausgegeben wurde, countere diesen Spell. Das war auch, glaub ich, ein recht beliebiger. Ja, egal. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich find die Karte sehr cool, weil die in sich so eine kleine Engine darstellt. Das ist zwar jetzt nicht ganz billig, für, oh, die eine Seite für vier Mana, aber im Endeffekt jede Runde eine Karte cartet worden. Ähm, Vorteil ist, find ich, ganz nice. Und dann für sechs Mana noch mal sagen, ey, du kannst aus dem Exil eine Karte for free spielen. Und sei es jetzt vielleicht auch nicht nur von dem Effekt, von Chartfoyer, sondern halt, keine Ahnung, du spielst es in Prosper-Deck oder in einem Exiles-Matter-Deck oder so was, find ich den Effekt einfach sehr stark. Und dafür find ich den Effekt der Karte sehr cool. Weil es ist schon nicht billig und das musst du auch schon erst mal liegen haben. Aber wenn's dann liegt, befeuert es sich quasi selbst. Das heißt, auch wenn dir dann dein Commander removed wird oder was weiß ich, hast du trotzdem immer dieses eine Ding, was du pro Runde casten kannst for free. Und das können große Spells sein. Und das find ich einen schönen Payoff. Gerade für Rot, was ja auch so ein bisschen so ... Nee, nicht Mana-intensive, aber halt oft dieses Aggressive. Keine Ahnung, ich find den Effekt einfach sehr aggressiv. Oh, da liegt jetzt was für 10 Mana in meinem Exil und ich spiel's for free. Und ich geb ihm noch irgendwie Haste, weil ich in Rot bin. Und dann hast du ein Problem. Finde ich eine coole Karte. Bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt, bei Chartfoyer. Auf den ersten Blick fand ich's ziemlich cool. Auf der anderen Seite der linke Effekt, sag ich jetzt mal, also der, der dich Sachen ins Exil schicken lässt. Der kostet mit 4 schon relativ viel dafür, dass du ihn nicht super früh spielen kannst und es dann im nächsten Upkeep erst passiert. und dann kommt der nächste für 6. Das heißt ja, in dem Zug, in dem du's machst, kostet auf jeden Fall, welche Karte auch immer du spielst, erst mal 6 Mana. Weil du ja den Raum aktivieren musst. Übrigens noch eine Sache, man kann ihn theoretisch jederzeit aufsperren, wenn man eine Sorcery-Kasten kann. Also das Unlocken geht nur mit Sorcery-Speed. Ähm, ich bin, ich geb der Karte jetzt mal, weil ich sie, doch, ich geb ihr jetzt mal ein Exil, weil ich noch nicht weiß, ob die bei mir den Cut machen wird. Ich find sie aber eigentlich ganz cool. Ich find Räume ganz cool. Ich find, die Karte zeigt ganz schön eigentlich, dass das so eine vielseitige Sache sein kann mit diesen ganzen neuen Räumen. Weil, ja, wenn ich jetzt nichts anderes machen kann, kann ich hier die 4 Mana bezahlen und dann den quasi Phyrexian-Arena-Effekt so ähnlich zumindest. Ähm, nee, wie heißt's? Outpost. Outpost Siege, genau. Was ja auch 4 Mana ist. Kostet auch 4 Mana. Den Outpost Siege-Effekt haben. Oder ich geh halt gleich, weil ich schon was hab, zum Beispiel einen Commander, der das macht, geh ich halt gleich auf die 6 Mana und lass dann den Unlock-Effekt einfach gut sein für 4. Aber ich geb ihm jetzt mal ein Exil. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das bei mir im Deck einen Cut machen würde. Naja, äh, noch mal kurz, weil ich glaub, jetzt, wo wir über Räume reden, sollte man's vielleicht genau definieren. Es gibt ein paar so Specialties. Äh, also man kann ja jede Seite casten und die andere ist ja unlocked. Also quasi so eine Art Split-Card-Enchantment, äh, mit der sie machen. Wenn man's flickert, ist in beide Doors unlocked. Äh, sind beide Doors locked, meine ich. Beide Doors locked. Also quasi hat's überhaupt keinen Effekt. Was heißt, es ist ein effektloses Enchantment. Enchantment erst mal. Ähm, dann Store-Anlocken ist eine Special-Action, ähnlich wie Morph. Und ich find Outpost Siege an sich für die Karte passt. Also es reicht, äh, reicht, finde ich, als Effekt, als Buyout. Und ich find auch den anderen Teil ganz okay. Ich geb der Karte aber trotzdem ein Exil, weil mir ist es zu viel Bagage für die Räume. Und das, glaub ich, wird sich bei mir mit den meisten Räumen, ähm, durchziehen, dass ich find, da gibt's zu viele Interaktionen, auf die man achten muss. Wie eben zum Beispiel Flicker, dass es beide Räume fair schließt, effektiv. Ähm, und, äh, auf was man achten muss, dass es mir so der Upside, also einerseits mental Loat nicht wert ist, aber ich find, viele der Karten sind auch super nischig, wo sie nicht richtig schlecht sind. Aber mir ist es, mir ist einfach da, der erstens die mentalen Kosten nicht wert und zweitens, ich find, man in den meisten Fällen braucht was nicht. Also meistens seh ich diese Räume und ich seh, ich will den Effekt eigentlich nur für einen Teil spielen und hab den anderen dazu. Ähm, ich glaub, die sind interessanter für Standard. Zum Beispiel, als, äh, für Commander. Dann kann ich aber direkt weitermachen an dem Punkt, weil ich den genau gleichen Punkt hatte, als ich mir alles durchgelesen hab, jetzt so, zu Duskmon. Ich hab ne Beispielkarte dafür, die kein Raum ist, aber es bezieht sich auch auf Räume. Ähm, es ist Enduring Innocence. Es gibt so ein Enduring Cycle in allen fünf Farben. In dem Fall ist es jetzt eben Enduring Innocence. Das ist ne Enchantment Creature, ein Schiebglimmer, hat zwei Eins, kostet eins und zwei Weiß, hat Lifelink und sagt immer, wenn eine oder mehr andere Kreaturen, die du kontrollierst mit Power zwei oder weniger, ähm, aufs Feld kommen, darfst du ne Karte ziehen. Das geht nur einmal im Zug. Und wenn Enduring Innocence stirbt und es eine Kreatur war, bringst du es unter deiner Kontrolle aufs Schlachtfeld zurück und dann ist es nur noch ein Enchantment. Mhm. So weit, so gut. Das ist okay-ish. Also, das, ich hab die Karte jetzt tatsächlich nur, also, der Card Draw ist gut. Auch das, dass es sich selber flickert, wenn es stirbt, ist eigentlich gut. Das Ding ist nur, und das, das ist bei den Räumen auch so, es gibt diese Mechanik, die kam in X-Alan im Letzten mit dem Finality-Counter. Das macht, da sagt die Karte, hey, mit der Karte passiert jetzt was, die wechselt die Zone, XY blub, da kommt ein Counter drauf und der sagt dir was an, was mit der Karte ist, damit du es verstehen kannst. Die Karten hier bei, bei Duskmoorn sagen das nicht, aber trotzdem, das ist genau, was Freddy gesagt hat, musst du ganz schön viel im Auge behalten und das wird man am Ende wahrscheinlich mit kleinen Steinchen oder irgendwelchen Würfeln oder so machen müssen, denn, wenn Enduring Innocence stirbt und zurückkommt, dann kann ich ja auch selber als Controller, ich kann vergessen, dass es keine Kreatur mehr ist und das passiert, glaube ich, relativ leicht. Genauso ist es, wenn ich, wenn ich einen Raum spiele und mir das nicht markiere irgendwie. Dann kann ich auch irgendwann mal, Commander-Spiele dauern ja durchaus länger und man muss auf wirklich viel achten, dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, womit ich es gecastet habe oder der Gegner weiß nicht mehr, was genau gecastet wurde und was jetzt der Unlock-Step ist und das war für mich so ein genereller Exil-Moment, deswegen würde ich jetzt stellvertretend dafür mal Enduring Innocence, obwohl es eine gute Karte ist, ein generelles Vibe-Exil geben, weil ich glaube, da muss man wirklich auf viel achten. Ich meine, mit Initiative muss man schon immer irgendwelche Sachen austeilen und mit kleinen Steinchen Sachen markieren und das sind jetzt Karten, die dir nicht mal sagen, dass du bitte was markieren sollst, aber du musst es tun. Ja, ich glaube auch in dem Deck, weißt du, da hast du auch noch so das eine Precon, was viel mit Manifest-Dread, also quasi mit der neuen Manifest-Mechanik spielt, das sind, also es sind sehr viele Mechaniken, die irgendwie neu jetzt so reingebracht werden. Ich glaube, das wird ein sehr intenses Set, was da rauskommt, muss man viel achten. Naja, ich mach's ganz einfach, das ist ein Enchantment, das irgendwo im Kartex Draw a Card drin hat und ich weiß nicht, wieso, ich fang jetzt schon im ... Es ist gar keine mögliche Enchantress-Karte, aber irgendwie hab ich mittlerweile so eine Abneigung gegen diese Art von Text entwickelt, dass ich schon immer so ein bisschen, so minimal so ein klein bisschen, nicht wirklich im Strahl kotz, aber so ein kleiner ... Hoppala. Bisschen Galle am Kehlkopf. Genau, genau. Weil ich weiß, oh, da kommt die Enchantment rein und dann wird das gemacht und dann opfer ich das und dann kommt's wieder und dann spiel ich die nächste Enchantment und zieh wieder eine Karte und dann flicker ich das, was das dann reinbringt und dann, weil es eine Constellation ist und dann resette ich das und ... Ich hab jetzt ja schon ein bisschen davon, wie die Leute diese Art von Mechanik abusen wollen mit diesen Glimmern. Finde ich ... Aber ich kann doch damit leben und ich find Enduring Enchantress wäre eine gute Karte. Mit was ich nicht leben kann, ist, dass nicht alle Glimmer diesen Effekt haben. Ich hätt' dachte, das ist der Sinn hinter denen. Nein. Also, ist der nicht mal in sich selbst geschlossen, dieser Typ, sodass man auch noch drauf achten muss, dass manche Enchantment-Glimmer-Karten, die fast alle diesen Effekt haben, aber nur fast und manche sind sogar gut und die haben den Effekt nicht. Irgendwo muss da ein Exil rein und es tut mir leid, dass es den Fuchs trifft, äh, das Schaf trifft, weil das find ich gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass es ein bisschen abused wird, aber ich kann diese Glimmer einfach nicht unexiliert lassen. Das Opferlamm. Es ist das Opferlamm, ja. Oh Gott, ey, ich starte ganz schön negativ. Äh, also, ich glaub', bei mir bekommt es tatsächlich ein Spiel. Also, ich hab' einen unerfüllten Commander-Wunsch, den ich mir, den ich irgendwann mal machen, weil ich dann zwar ist auch eine Baldur's Gate 3-Karte, eine der Götter, war es, der im Endeffekt macht, wenn eine Kreatur stirbt, dann kommt sie als Enchantment zurück. Mir cool, oder? Genau, mir cool. Ähm, und das, und das ist halt etwas, wo ich sage, weil ich dann geschaut hab und irgendwie, oh, nee, hat mich jetzt irgendwie nicht ganz gereizt, aber als ich den Cycle gesehen habe, ähm, oder halt quasi diesen Effekt gesehen habe, war ich, äh, war ich schon ein bisschen angetan. Also, ich find das schon cool. Ob es sich gut spielt, weiß ich nicht. Ich glaub, das muss ich herausfinden. Aber den Effekt, wenn ich ihn lese und sag, oh, ich hab eine Kreatur, die stirbt, dann ist es so, oh ja, mal, kommt als Enchantment zurück. Und ich mag immer gerne Dinge, die so, oh, sie sterben, aber sie machen dann irgendwie trotzdem noch mal was. Ähm, und deswegen bekommt das von mir ein Spiel. Außerdem find ich das Artwork sehr süß, obwohl ich weiß, dass wir hier eigentlich eher über die Mechanik reden. Nö. Ähm, das Artwork fand ich auch gut. Es war auch gemein, das Enduring Innocence zu nehmen, aber wenn, dann dachte ich mir, wenn ich als Jochen das vorschlag, dann nehm ich halt auch eine weiße Karte, um mal zu zeigen, dass es mich tatsächlich nervt. Ah, okay. Das ist wirklich das Opferlamm auf so vielen Ebenen. Das ist Innocence. Wir töten Innocence. Auf jeden Fall, ähm, bevor wir andere Final Fantasy XIV-Charaktere oder Path of Exile-Charaktere oder andere JRPGs, in denen man einen Bösewicht namens Innocence tötet, der eigentlich eine glückliche Kreatur darstellen soll, ähm, passiert sehr häufig. Wie wär's mal, wenn wir in den klassischen Bösewicht gehen? Denn das ist nämlich eine Karte, die mir sehr gefällt. Und jetzt machen wir einfach mal den Posterboy. Motten werden bei mir fast immer ein Spiel bekommen, weil ich find die Ästhetik von Motten in gezeichnet cool. Motten in echt sind leider ein bisschen langweilig, aber fuck, sehen die geil aus in jeder Art von Spiel. Deswegen, Valgavoth Terror Eater, 6 und 3 schwarz für einen 9-9 Flying Lifeling, Legendary Creature, Elder Demon mit Wards, Sacrifice 3 Non-Land Permanents, also effektiv Wards Annihilator 3. Äh, wenn eine Kreatur, die du, äh, wenn eine Karte, die du nicht kontrollierst, in einen Friedhof gehen würde, die ist stattdessen ins Exil, außerdem während deiner Runde, dann darfst du Karten spielen, die mit Valgavoths Effekt Exiled worden sind und wenn du den Spell auf diese Art und Weise castest, dann kannst du Leben statt die Mana Kosten zahlen. Ich hab eh vor, ein Mono-schwarzes Deck zu bauen und eigentlich möchte ich immer noch ein Liliana of the Dark Realms tatsächlich bauen, aber damn, der macht schon einen guten Case für sich, weil ich find den auch sehr fair als Commander tatsächlich, weil du kündigst dir deinen riesen Dämon an, dass du quasi ihn beschwören möchtest und es ist effektiv ein Daudi Voidwalker auf Crack. Eine Karte, wo ich gesagt hab, die find ich gerade ein bisschen obdachlos bei mir, weil ich find, die passt irgendwie wenig Decks, außer für Powergründe, aber wenig für Flavorgründe. Hier würd's tatsächlich vielleicht einigermaßen reinpassen und was ich eben an Valgavoth so gern mag, ist halt, er ist unglaublich mächtig und er ist nicht wie diese anderen großen Elder Demons auf irgendeine Art von super konsistenten Instant Win aus. Also, wenn man Razageth spielt, dann tut dort dir sofort eine Kombo raus. Wenn du Crystal Brunk gespielt hast, hast du einfach eine Kombo gezogen. Der hier, oder mit Willis zahlst du so viel Leben, dass du dir auch eine Kombo ziehst. Der ist der Erste, der sagt, nee, ich bin hier, um ein Monster zu sein, um ein Terror zu sein und muss dafür ganz schön viel Leben zahlen. Weil wenn die Leute, weil man denkt so, ja gut, und dann darfst du Dinge umsonst spielen. Wenn die Leute wertvolle Sachen opfern, musst du sie umzus spielen auch sehr teures Mana zahlen. Ich verstehe deine Worte, aber sie kommen nicht in meinem Herzen an. Das ist ungefähr, als ob jemand gesagt hätte, weißt du, so, Edrasi und Tergrid, das sind ja alle relativ gruselig, da machen wir einen Horrorfilm draus, der noch gruseliger ist und dann kommt das Kackbiest dabei raus und deswegen kriegt Walgawoth, obwohl sein Artwork gut ist und ich Motten auch sehr cool finde, ein absolutes Mega-Exil. Ich würde mir fast schon wünschen, dass er sobald er aufs Feld kommt, einfach das Spiel gewinnt, damit man dann Ruhe hat. Weil das ist einfach nur Suffering, das ist einfach nur Leid in seiner reinsten Form, das Spiel ist das Ding und um es loszuwerden, schlagen die Edrasi auf den Kopf und während du es nicht schaffst, es loszuwerden, musst du ihm die ganze Zeit Dinge geben, gut, der blutet auch seinen Spielern ein bisschen aus, aber er hat auch 9-9 fliegend und Live-Link. Das ist jetzt nicht so, dass der Zweigerwoth irgendwie eine 0-1-Modde wäre, wo es wirklich schwierig wäre, dass man das Leben zurückbekommt. Nein, der segelt dann, nachdem er dich verhöhnt hat über deinen Kopf, saugt dir dein Blut aus und nur um dann mit deinem Blut Gotteslästerlich deine eigenen Zaubersprüche in die Luft zu malen. Ekelhaft. Aber eine Sache, die ich jetzt noch kurz sagen möchte, ich finde nämlich einen großen Unterschied ist Valgawoth als Karte in den 99, weil da finde ich ihn auch ein bisschen so, ja gut, es ist halt eine Power-Programm-Version, Ultra-Version von vielen anderen Sachen, die es sein kann. Ich finde ihn aber als Commander so interessant, weil der setzt sich hin und sagt einfach, ich bin der Böse, ich bin der Villain hier am Tisch. Und dann wird er getötet. Und viele machen das eben nicht, viele Commander ja. Also der bekommt 100 Prozent ein Spiel von mir. Ich bin, ich bin jemand, ich liebe Halloween. Ich liebe alles, was eben gruselig ist. Also Halloween ist über Weihnachten und alles, das ist mein absolut liebster, nicht Feiertag, aber liebstes Fest quasi im Jahr. Und ich habe Magic angefangen zu ungefähr vor Halloween-Zeit und habe dann zu Halloween ein Deck gebaut. Und ich weiß, ich glaube, das wird so ein Standard für mich, dass ich jedes Jahr irgendwie ein Halloween-Deck bau. Und dann habe ich gehört, ey, Dasmon kommt ungefähr zur Halloween-Zeit raus. Ey, perfekt, irgendein gruseliges Theme-Deck. Und dann habe ich den gesehen und ich war so, ich hatte nicht vor, ein Mono-Black-Deck zu bauen. Aber jetzt wird es passieren. Äh, ja, ich finde ihn großartig. Ich finde den Effekt, wie Freddy gesagt hat, er ist bedrohlich. Er liegt wahrscheinlich länger als jeder andere Commander in der Command-Zone und aber alle dreadn quasi so diesen Moment, wenn er auf Schlachtfeld kommt. Ähm, und ich finde, ich finde die Wortkosten lächerlich. Also lächerlich, aber so passend irgendwie, weil es so dieses, ey, du willst was mit dir anstellen, dann mach auch. Es sei denn, du spielst gegen Token-Deck, dann ist das egal. Aber weißt du, nehmen wir mal an, oh, keine Ahnung, Voltron-Deck will irgendwas gegen dich machen und dann irgendwie krasse Equipment, so, vielleicht sogar Länder dafür weg. Ich liebe viel an der Karte, mitunter das Artwork, was ich absolut großartig finde, weil er ja quasi die Motte unten zu diesem Haus wird mit dem Eingang unten und dann ist das einfach, ja, ich habe nur Liebe für diese Karte und alles, was Jochen gerade gesagt hat, ähm, hat mein Herz zum Blühen gebracht, weil es so schön war. Genau, Walgawoth hört sich das von Jochen an und sagt, ah ja, danke, das ist genau, was ich wollte. Ja, das kann er sich so lange anhören, bis ich sein scheiß Haus niedergebrannt habe, bis auf die Grundmauer. Probier, findest du lustig. Äh, so, Marius. Ah, ich würde sagen, der Jochen darf uns mal ein Spiel geben. Jochen, was gefallen? Ach so. Du bist eigentlich rein, rein, vor dir. Ja, dann nehme ich, dann nehme ich eine absolut tolle, nochmal eine andere tolle creepy Karte und zwar, also, ich hasse die Karte, ich hasse das Artwork, nein, also, versteht mich, das Artwork ist großartig, es ist sehr gut gemacht, aber es löst Dinge in mir aus, äh, die ich nicht ausgelöst haben möchte und davon gibt's zwei Karten, eine davon findet ein Spiel, über die rede ich jetzt und eine andere Exil, da kommen wir nachher dazu, äh, es geht um The Jolly Balloon Man und zwar ist das eine, äh, Boros Kreatur, ein beliebiges, ein Rot, ein Weiß, für eine 1,4 Human Clown Creature und für diejenigen, die jetzt bloß den Podcast anhören und, äh, auch noch keine Artworks oder keine Spoiler gesehen haben von dem Set, das ist im Endeffekt so ein creepy Clown, der hat eine gruselige Maske auf, der gerade einen Kopf aufbläst und ihr seht quasi eine ganze Stadt, die gefüllt ist mit, äh, Ballonen, Ketten, hängen an diesen Ballons dran, was aufgeblasene Köpfe von wahrscheinlich, äh, nieder, äh, gerungenen, äh, anderen Menschen aus dieser Stadt, es ist, es ist ganz schön brutal, ähm, der Effekt ist aber cool, er hat nämlich Haste und für ein beliebiges Mana und ihn tappen kann ich ein, äh, Token erstellen, ein Copy of another Target Creature, die ich kontrolliere und die wird so eine 1,1 roten, äh, Ballon Creature, ähm, hat, äh, Flying und Haste und, äh, sie wird im, in meinem Endstep quasi gesacrificed und man darf die, äh, Fähigkeit bloß wie eine Sorcery aktivieren. Äh, er stellt mir im Endeffekt quasi, äh, ja, Copies für, ähm, für meine ganzen Non-Legendary Sachen oder Legendary und da muss ich mich halt entscheiden, weil das macht die Tokens nicht gleich Un-Legendary, was ich mittlerweile sehr angenehm finde. Ähm, im Endeffekt halt viele ETB-Effekte oder vielleicht auch Attack-Trigger, weil ihr quasi Tokens von der Kreatur erstellen könnt, die gerade reingekommen ist, aber jetzt mit Haste und ihr könnt den Effekt eh gleich triggern mit der 1,1 fliegenden Kreatur, die danach eh gesackt wird. Ähm, ich find den Effekt, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, weil ich hab bisher noch keinen Boros-Stack gebaut, aber ich find den Effekt für Boros sehr besonders, oder? Es gibt's ein paar, ne, also es gibt's ein paar Mal, ähm, Boros-Legenden neigen dazu tatsächlich seit, ist schon ein bisschen her, seit es angefangen hat, die haben öfter mal, ähm, hey, wenn was stirbt, kommt's als, zum Beispiel als Geist wieder, wie bei Hofri, oder, ähm, du kannst Token-Copies davon erzeugen, wenn du ein bisschen mehr bezahlst. Ähm, das, das kann Boros schon, das ist tatsächlich was, was Boros eigentlich sogar gut kann. Und vor allem die roten Kreaturen, weil, ich mein, Kiki-Jiki, das ist ja quasi einer der OGs, der das macht, und jetzt ist halt so, äh, er bekommt bei mir ein hartes Exil, nicht aus dem Grund, äh, wieso muss man Kiki-Jiki einfacher machen? Mana reduzieren und, oh, nein, ich spiel ein Fälleter, äh, Guardian, welcher, da in mein Jolly Balloonman blinkt, welcher dann mit Haste Instant wieder was machen kann, und, äh, ne gut, du hast einen Mana zu zahlen, aber, seien wir mal ganz ehrlich, so wie sich diese Decks spielen, ist es dir in den meisten Fällen relativ, äh, uninteressant, das heißt, es wird so eine Sache sein von, ich bin nicht das Kiki-Jiki-Deck, weil ich muss ja ein Mana zahlen, ich hab eine zusätzliche Farbe, die mir Infinite Combos Enabled, ähm, Interaction macht, der weniger kostet, Recursion anbietet, aber ich bin doch nicht so schlimm, wie in einem Kiki-Jiki-Combo-Deck, außer, dass es wahrscheinlich dann doch genauso endet, ähm, indem er einen Damage-Dubbler und einen Impact-Tremers draußen hat, dann den Damage-Dubbler, die Damage-Dubbler-Kreatur verdoppelt, mit Impel-Tremers nochmal schießt, irgendwie was, den Commander resettet und dann nochmal, dann kommt die Karte rein und auf einmal sind alle tot, weil wir sind in 8- und 16-fachem Damage-Bereich für jedes ETB. Äh, Genau, das war mein Plan übrigens, wollte ich nur gesagt haben. Ja, Freddy hat doof gespielt. Äh, und ich sag halt so, ja gut, dann seh ich halt Jolly Balloon Man und du wirst den wahrscheinlich nicht auf dem Tisch behalten können, es sei denn, du gewinnst tatsächlich in der Runde. Äh, und ich werd halt das Remove richten, du bist, also das ist, das ist ein Commander, wo ich seh, ja gut, du bist halt, das ist so dieser, ja, du bist halt der Villain, wenn du das spielst. So, aber nicht, find ich nicht super interessant, weil, gut, wir müssen halt den Kombospieler aufhalten, bevor es ist und oh, es ist Boros-Kombo statt, äh, irgendeine Art von Anderer-Kombo und das macht mich nicht viel glücklicher. Ich bin da farbenblind. Mhm. Ich geb dem Jolly Balloon Man ein Spiel und zwar ausschließlich aus dem Grund, weil es ein Art war cooles, weil er damit, ich weiß nicht genau, ob er Pennywise aus S sein soll oder sowas ähnliches, weil der hat ja auch, da fliegen ja auch alle, wir fliegen hier unten alle und der hat immer Balloons und jetzt kommt noch was, der dritte Grund ist, ich find Infinity nicht super geil, ich fand es auch, als es rauskam, nicht super geil, aber in Infinity gibt es 1-1 rote fliegende Ballon-Tokens. Endlich gibt es einen Grund, die zu benutzen und im Gegensatz zu vielen anderen sehen die von Dingen aus Infinity sehen die auch nicht einfach direkt irgendwie komisch oder blöd aus, also blöd im Sinne von die passen, gibt es gar nichts. Hier würden sie nämlich sogar dazu passen und das sind drei Dinge, die für mich so ein bisschen sagen, okay, gib ihm eine Chance, ich werde trotzdem deinen Commander sofort vernichten, sobald ich ihn sehe, aber schön, dass du Freude drin hast. Übrigens, wenn wir schon bei Ballons sind, ich würde noch von Junji Ito The Hanging Balloons empfehlen, als kleine Short Story im Manga, allgemein, Junji Ito, lest bitte immer die Mangas, die ganzen Adaptionen filmisch funktionieren kaum, das funktioniert sogar noch besser, wenn man sie physisch hat, weil tatsächlich der Page Turn wirklich, er spielt sehr viel mit denen als Spannungsmittel, was ganz interessant ist, aber Hanging Balloons, dann würde ich es natürlich ein Spiel geben, wenn es einen Junji Ito Artwork hätte, was es ja auch schon in Magic gibt, ein Junji Ito Artworks, also sobald es ein Spiel, äh, was ihr wisst, ein Secret leer rauskommt, bekommt die Karte in den Spiel. Okay. Also es ist quasi ein Exil auf Zeit diesmal. Genau. Es ist nur Zeit. Solange es Geld einbringt, ist es bei Wizard of the Coast nur Zeit. Dann habe ich direkt was passend wieder zu, äh, der Erwähnung von Secret Lair, nämlich die Fear of Missing Out. Ich finde das, das ist so meta geil, dass dem konnte ich nur ein Spiel geben. Fear of Missing Out ist eine Enchantment Creature, ein Nightmare, in Rot, zwei, drei kostet eins und in Rot und sagt, wenn es entert, dann darfst du eine Karte abwerfen, musst du eine Karte abwerfen und dann ziehst du eine Karte und es hat Delirium und sagt immer, wenn Fear of Missing Out angreift und zwar zum ersten Mal für diesen Zug und wenn du vier oder mehr Kartentypen in deinem Friedhof hast, dann darfst du eine Kreatur enttappen und nach dieser Phase kommt nochmal eine zusätzliche Combat Phase. Das ist, also es kriegt ein Spiel, weil ich finde den Namen unglaublich cool. Ich mag für eins und ein Rot kriegst du einfach ein Kart-Draw plus du kriegst ein Zwei-Dreier-Body. Also es funktioniert schon mal gut. Du kannst damit früh was anfangen und dann, wenn das Delirium reinkickt, je nachdem wie dein Deck, wie du das aufbaust, kann es ja früher oder später kommen, aber es ist auf jeden Fall niemals blöd, diese Fähigkeit. Generell hat die Fear of Missing Out passend dazu, dass man eben Angst hat, irgendwas zu verpassen, die liefert im Early Game und im Mid Game und im Late Game liefert die noch ganz gut ab. Kannst halt nur nicht in dem Zug loslegen, in dem du sie spielst, aber das wäre dann auch ein bisschen viel, selbst für Fear of Missing Out. True. Ja, die bekommt von mir auch ein Spiel. Ich mag meine Multiple Combat Phases und dazu quasi noch einen Looting-Effekt drin zu haben für zwei Mana, also ich mein, wenn man den, ich mein, Runde zwei wird man Delirium noch nicht gleich voll haben, aber wie du gesagt hast, das ist so, für jeden, für jeden Part des Spiels ist irgendwie was mit drin. Und dazu ist es noch ein Enchantment Creature, wollen wir da kurz drüber reden? Das kommt auch noch dazu. Aber kein Glimmer. Kein Glimmer. Ja, ich finde die super geil. Ich bin ja gerade dabei, so ein bisschen wieder mein Carlec-Deck aufzubauen mit dem neuen Secret-Layer und das ist eine Karte, wenn ich die ziehe, dann landet die wahrscheinlich da drin. Ich finde die Karte auch sehr geil. Also quasi einfach zwei Mana, zwei, drei Loot und dann Bonus-Effekt. Das ist spielbar. Auf jeden Fall und die wird wahrscheinlich auch in einigen Decks einfach die Utility haben, ganz cool zu sein, vor allem bei Boros drei Mana reanimatbar. Das ist der Klassiker. Aber ich glaube, die ist einfach gut genug, weil man häufig einfach dieses Play-Battern haben wird von hey, in Reanimator-Decks wirftest dir dein Ding in den Friedhof, kann aber auch gleichzeitig was cooles sein, was du im Late-Game reanimieren kannst. In Delirium-Decks kann es dir deinen vierten Typ bringen, auch wenn er selbst nicht viel macht. Es macht einfach so viel gut und es ist eine Art Roleplayer, die ich gerne mag und deswegen bekommt die ein Spiel. So, zu positiv für zu lang, wobei ich nicht schon die Balloon NXT gegeben habe, aber hey, vielleicht wisst ihr, wie sehr ich dieses Set mag. Nicht. Aber das liegt zum Beispiel an Karten wie Baseball Bet, es ist nur ein Ankommen Enchantment und es soll sein Post Ankommen sein. Es ist Celestia für ein Artifact Equipment und wenn sie Spielfeld betritt, dann equipst du eine Kreatur damit. Die Kreatur bekommt plus eins plus eins und immer wenn die äquipte Kreatur angreift, dann tappst du bis zu einer Kreatur. Kann sein, dass er ganz cool ist in Limited. Wir werden es sehen, normalerweise sind solche Enchantments Artefekte immer ein bisschen Underperformer. Equip 3 ist zum Beispiel ein Grund dafür, weil sie kommen erst günstig rein zum Equipment und haben einen großen Equipkost und jeder, der Equipment Decks schon mal gespielt hat, ist, nee, 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 ich zahle lieber mehr für eine günstige Equipkost, das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Aber das Problem liegt einfach daran, dass es Baseball ist. Und ich meine, jeder von uns hat irgendwo eine Grenze, wo Suspension of Disbelief und den ganzen Zeug, aber was ich halt echt nicht mag, ist diese Echtwelt Analogien in Magic, also klar, wir haben Leonardo Da Vinci aus einem Assassin's Creed Set, das heißt ja nicht, dass ich das grundsätzlich nicht mag, aber wenn wir uns in der Magic Welt befinden, dann möchte ich die doch zum Minimum halten. Ich kann easy diese Fernseher Bildstürme verkraften aus dem Set, weil es sind halt Portale in der Geisterwelt, so okay, es ist halt aber das ist halt einfach, ja gut, aber es sind auch Baseball die gleichen Regeln, woher kommt der Baseball Schläger, wer hat es erfunden, gibt es Major League Baseball auf Dominaria, wie sind sie den Rechten aus, und das ist jetzt halt alles, ja überdenkst du es doch, aber es stört mich, das ist wie wenn man tatsächlich einfach diese 1 zu 1 Sachen aus der echten Welt nimmt, oder Trademarks, aber solche Dinge, wo man so ein bisschen Geschichte dahinter hat, wie ist das zustande gekommen, und das ist was, was mich stört, wenn es einfach irgendwie einen ganz komischen anderen Namen hätte, würde es mich auch gar nicht so stören, aber es ist spezifisch Baseball, was mich stört, es wäre so, wie man Walkman nennt, quasi das Gerät, statt irgendwie was Fantasyartiges, oder einfach nur einen neuen Namen, um was Neues zu haben, weil dann kann man es immer noch als Anspielung sehen, und ich mag diesen, ich mag diesen Schritt nicht machen. Dann wisst ihr, wo meine Grenze ist. Ich bin da, ich bin da ganz bei dir, ich hab zwar diesen, also der Baseball-Bet ist jetzt nichts, was mir meine Immersion nimmt, ich verstehe aber voll, was du meinst, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu weich gekocht, als jemand, der halt sehr krass mit diesen ganzen Universes Beyond reingekommen ist, dann kam Doctor Who, dann kam Fallout, vielleicht bin ich da einfach, die, die prozentualen Magic-Produkte, die ich mitbekommen hab, in denen sowas gar nicht umgebe war, weil es halt Universes Beyond war, war bei mir halt wahrscheinlich sehr viel höher als bei euch. Ich geb der Karte trotzdem Exil, weil das ist genau eine dieser Equipment-Karten, es gibt dann so ein paar, es gab auch in Bloomboro ein paar, die lese ich und ich vergesse in der nächsten Sekunde wieder, dass diese Karte existiert, weil ich sie so, keine Ahnung, das ist so, oh ja, es ist keine Art plus eins plus eins und es tapt eine Creature, wie du gesagt hast, für Equip 3 ist so, und dann hat sie, dann hat sie auch noch Farben, die mir die Farben vorgibt, und das ist etwas, wo ich sage so, ich sehe kein Szenario, wo ich diese Karte jemals in ein Deck packen würde und deswegen bekommst du von mir einfach ein Exil, weil es gibt, es ist nichts an dieser Karte, wo ich sagen würde, oh ja, das könnte vielleicht cool sein. Ja, also die Karte kriegt von mir auch ein doppeltes Exil, zum einen ist sie einfach, finde ich, für Commander nicht gut, also der Effekt, der nichts, was da drauf steht, lohnt das, dass man diese Karte in sein Deck packt, finde ich, wirklich gar nichts. Also es ist ein ganz klassisches Exil im Sinne von, das wird es nie in irgendeinem Deck von mir schaffen, weil die Karte dafür einfach zu schlecht ist. Und dann hatte ich den gleichen Punkt wie Freddy, er war nicht ganz so schlimm, aber es ist mir sofort durch den Kopf geschossen, ich habe so drauf geschaut und dachte mir so, ein Baseball-Bed? Also ein ganz normaler Baseball-Bed? Warum nicht, also wenn da einfach nur eine Holzlatte oder ein Vorschlaghammer oder sowas, irgendwie, selbst der aus Doctor Who Ace's Baseball-Bed konnte ich leichter verkraften, weil Ace's Baseball-Bed sagt wenigstens, dieses ist der Baseball-Bed von Ace. In der Theorie kann es nur diesen einen Baseball-Bed geben, überhaupt, warum er dann Baseball-Bed heißt, wäre immer noch die Frage, aber das hat sich irgendwie, das war für mein Gehirn leichter zu schlucken als dieser Baseball-Bed und ich weiß nicht mal, also jetzt, selbst jetzt, weiß ich noch nicht genau wieso, weil wirklich, da sind Sachen drin wie Achterbahn oder eben Fernseher, Kettensägen, aber bei keiner dieser Karten ist es mir durch den Kopf geschossen, dass ich gesagt habe, hm, vielleicht packe ich das auf meine Exil-Liste, weil es einfach ein Baseball-Bed ist. Und viele der anderen Karten mag ich, also das Chainsaw sagt, Kettensäge, die finde ich cool, die finde ich auch im Flavor cool. Ich glaube auch, übrigens, es gibt einen Unterschied, weil meistens wird Leonardo da Vinci als Beispiel angeführt, aber es gibt einen Unterschied, wenn jemand in der Renaissance gelebt hat, ist der für uns so weit weg, es ist zwar ein Mensch und er hat auf unserer Welt gelebt, aber er ist so weit von uns weg, dass er theoretisch gesehen auch in einer Fantasy-Welt hätte leben können, denn wir sind nicht Leonardo da Vinci, wir leben nicht in seiner Zeit und es ist auch nicht so, dass es irgendwie noch in der Lebenszeit der Eltern oder Großeltern passiert wäre. Und das ist ja schwer, es ist einfach schwierig für menschliche Gehirne zu sagen, ach so, ja, das ist ja dann ganz einfach, es sind halt nur ein paar Jahrhunderte mehr, sondern wirklich wissen, wie es da war, können wir ja nicht. Deswegen finde ich, ist für mich zumindest Leonardo da Vinci, obwohl er wirklich existiert hat und auch aufgrund von den coolen Dingen, die er gemacht hat, ist schon irgendwie was, so ein bisschen wie Gandalf der Graue, also man hätte auch sagen können, es gab eins in Italien, einen großen Magier und sein Name war Leonardo. Mhm. Ja, aber Dinge halt, ja, wie gesagt, wenn da jetzt was in Deutschland zum Mauerfall drin wäre, das wäre zum Beispiel so nah, dass ich sagen würde, mh, ist nicht weit genug weg für mich. Ja, das stimmt, Churchill, so, mh. Ja, auch Churchill, wäre noch, das ist so, okay, mh. Außer in Doctor Who, da wird's dann wieder gehen, aber ja, okay. Ich glaub, der Punkt ist klar geworden. Ja. Ich glaube, wo wir grad bei langweiligen Karten sind, ich glaube, da mach ich einfach gleich mal den Anschluss. Äh, ich hab nämlich ne Karte, die ich vom Bilddesign unfassbar cool finde und von, von dem ganzen Konzept, äh, Konzept ist ne Kreatur. Es handelt sich um Degamore, äh, Megalodon, Megalodon, Megladodon, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, äh, ist, äh, ein Shark, also ein Hai, äh, für vier beliebige Mana, blau blau, äh, ne 5-7 und jetzt haltet euch fest, das ist, die hat Vigilance, die hat Wachsamkeit und Island Cycling für zwei Mana. Und ich finde alles an dieser Karte, bis auf das Artwork, das Artwork finde ich super cool, aber genau deswegen, ich schau das Artwork an und ich bin so, der Text auf dieser Karte passt nicht dazu. Das ist, ich schau diese Karte an und ich gähne innerlich, weil ich bin so, ey, wir reden hier über einen Megalodon, das ist, sollte irgendwie, ich, ich verstehe, dass es früher auch Megalodons gab und dass es auch 5-7 waren und auch, dass sie auch nicht jetzt die super krassen Effekte hatten, aber ich bin so, weißt du, zum einen ist es ein Common äh, und das ist vielleicht ein bisschen Meta, aber weißt du, Megalodon ist so dieses, dieses Urding, dieses seltene Ding, das gab's vielleicht irgendwie einmal oder sowas, so ein richtig fetter Shark und dann ist es so, ja, das ist ein Common und sie hat Wachsamkeit und du kannst sie in der Insel dafür raussuchen, wenn du es nicht brauchst. Das kann, das ist, es fühlt sich fast an wie eine Beleidigung, diese Karte, dieser arme Megalodon, der so ein insane, cooles Artwork hat. Ich kann mir vorstellen, wie der Künstler davor saß oder die Künstlerin Helge und das gemalt hat und sich gedacht hat, oh mein Gott, wie wohl das Card-Design aussehen wird und dann kommt sie so, das ist so, schön. Ja, also zum einen haben für mich Haie in der Geschichte von Matic schon immer diesen Track-Record, entweder sie sind wirklich übertrieben müllig, also zumindest für Commander-Verhältnisse, oder sie knallen richtig rein, im Sinn, wie bei zum Beispiel hier dem Phyrexianischen Hai oder dem Sharknado, also Haie sind immer so Hit or Miss, der ist so ein bisschen, ich würde ihn nicht ganz abschreiben, weil zum Beispiel in einem Deck wie Alien and Alan Paleontologists, das drauf Wert legt, dass du halt Dinge mit hohen Werten in deinem Friedhof hast, da funktionieren diese Land-Cycling-Sachen, aber doch, da wird er sogar noch reingehen, weil es ein Megalodon ist und man ihn ausgraben kann, als Paleontologe, das würde also, für dieses Deck würde ich sagen, okay, aber sonst ist er halt, ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das ist eine gute Karte, denn, wir werden jetzt mal schauen, was ist einer der unterschätztesten zu Karten, Cycles, zum Beispiel aus Herr der Ringe, das waren die, jetzt ist halt die Frage, wie mächtig ist es halt, dass es zwei statt ein Maler ist, Troll of Cazardune und Oliphant und Lorien Revealed sehen alle Legacy Play, das sind alles Cycler für eins, ich hab Generous Ant schon mal in den Deck gepackt, es ist, glaube ich, ein großer Unterschied, dass es zwei und eins ist und der Megalodon, einfach dadurch, dass es so eine große Mana-Kreatur im Friedhof hast für, äh, für wie heißt es, äh, ich glaube, das ist für diese, Mörder the Call of Manor-Mechanik zum Ausgraben, damit du viele Mana in deinen Friedhof bekommen hast, genau, genau, und zwei ist schon ein riesen Unterschied zwischen zwei und eins, aber ich find den immer noch einigermaßen okay und ich seh genau, wofür er da ist, also einerseits für Limited, andererseits für dieses Collect Evidence, was er gleichzeitig füllt mit seinen sieben Mana und diese anderen Karten sind richtig gute Karten, also Troll of Cazardune und Lorien Revealed insbesondere, ich mein, das ist eine, das sind super unterschätzt, wie mächtig die teilweise sind, einfach nur weil, oh, du suchst dir den Sumpf raus, jeder Sumpf, und er sagt auch, jede Insel, das heißt, es kann dir ein Mystic Sanctuary suchen, was die dann, was eine mächtige Karte in sich selbst ist, ich glaub, es gibt mehr Orte, an denen er den tatsächlich spielen kann, wo ich nicht, wo ich mir nicht denke, du liegst falsch damit, wo er tatsächlich diese Application hat, in Paketen, und deswegen gebe ich den ins Spiel, weil ich kann tatsächlich sehen, dass ich den in den Cube pack, zum Beispiel, oder dass ich Spaß damit hab, oder dass er eine Standardplay sieht. Deswegen hätte ich nämlich auch so ein real existierendes Spiel gegeben, weil ich ihn vermutlich dann doch neben ein Dinosaurier in mein Alien-Allen-Deck reinpacken kann, weil es eben zur Paläontologen gut passt, und es gibt auch Karten, die ich super gern mag, wie Scour the Desert, eine Sorcery in Weiß für fünf Mana, und dann kannst du eine Kreatur aus dem Friedhof ins Exil schicken, kriegst so viele Vögel, wie die Toughness hat. Also ich kann mir dann theoretisch dann erstmal ein Land raussuchen, und dann kann ich mir auch noch dafür Vögel erzeugen, und eventuell sogar noch irgendeinen Effekt haben, für Dinge verlassen deinen Friedhof. Also, ich war ganz lang, aber auch so, es gibt auch diese, in X-Land gibt's diese Dinos, die kosten auch alle sechs bis acht Mana, glaube ich, die haben auch immer Landcycling, und die fand ich richtig müllig, bis ich dann zum einen, die machen Basic Landcycling, das ist dann schon noch ein Unterschied, aber, ich hab's ja in meinem Alien-Allen-Deck drin, da hätten die jetzt zum Beispiel auch ein Spiel bekommen, wenn wir X-Land gemacht hätten, weil ich die dann einfach für das Deck wirklich spielen will, und zum anderen, kann's sich schon lohnen, also allein dafür, dass du irgendwie, ja, du kannst es in den Cytling-Decks noch reinpacken, wenn du irgendwas machen willst damit, ähm, und so ein 5-7er mit Vigilance, er ist jetzt nicht, ich mag ein ganz klein bisschen so dieses, diese Reminiscenz an, an Schulhof-Jochen-Decks, wo eine 5-7er mit Vigilance, das war so, heiliger Moses, was ist denn da jetzt auf dem Feld? Ja, deswegen, ich hab ihn ein bisschen liebgewonnen, obwohl er schon etwas, der hat schon seine Ecken und Kanten und Zähne und Tentakel und, und alles andere, ja, das, das finde ich so interessant, weil das sind, das sind Dinge, die, wie gesagt, da fehlt mir einfach noch die Erfahrung, deswegen finde ich, finde ich das Format immer so geil, okay, ich gebe ihm mal eine Chance, ich schmeiß sie nicht gleich weg, wenn ich ihn ziehe, was ich hier nicht mache, okay. Ja, ich mach mal hier, ich geh weiter, ich rufe mal wieder einen Raum auf und was, wo ich weiß, das sind wir immer relativ zwiegespalten, aus Erfahrung zumindest, es geht um eine Gewinne-das-Spiel-Sache und zwar ist es der Central Elevator beziehungsweise die Promising Stairs, also Räume haben wir schon vorher erklärt, Central Elevator kostet drei und ein Blau und sagt, ähm, wenn du diese Tür aufsperrst, dann darfst du deine Bibliothek nach einem Raum durchsuchen, der nicht den gleichen Namen hat, also nicht Central Elevator oder Promising Stairs in dem Fall wahrscheinlich, darfst es vorzeigen, darfst es auf die Hand nehmen und mischen und Promising Stairs kostet zwei und ein Blau und sagt, zu Beginn deines Abgibs darfst du eins surveilen und du gewinnst das Spiel, wenn du acht oder mehr unterschiedliche Namen hast von aufgeschlossenen Räumen. Das heißt, vier komplett aufgesperrte Karten quasi. Ja. Ja. Warum ich das mag? Also ich persönlich habe nichts gegen du gewinnst die Spielsachen, also gegen viele davon, nicht welche, die aus dem Nichts kommen, aber das kommt ja nicht aus dem Nichts, denn die Räume müssen aufgesperrt sein und die meisten Räume sind auch nicht so super billig und es passiert, also du hast dann noch diesen Abkeep-Effekt, das ist einfach was, du hast es ein bisschen liegen, die ganze Nummer. Das selber ist jetzt mit insgesamt sieben Mana auch nicht das allergünstigste und ich persönlich hatte selten Züge, in denen ich so viel Mana habe, dass ich, weiß ich nicht, also so viel, dass ich 32 Mana oder was weiß ich was bezahlen kann. Freddy wahrscheinlich eher als ich, aber für mich würde es nicht vorkommen, dass ich das in einem Zug alles schaffe und deswegen gibt es für mich da auch nur die Wahl für ein Spiel, weil ich das eine schöne Sache finde und ich irgendwie auch den Flavor mag, dass man in Duskmon das Spiel gewinnt, wenn man einfach genügend Schlüssel hat und einen Weg rausfindet. Ja, finde ich auch ganz cool. Ich bin niemand, also quasi ich finde es immer ganz gut, wenn Leute Anreize finden, was Neues zu machen und dann hast du manchmal das Problem von so, hey, hier ist ein Weg zum Beispiel Gates zu bauen und dann gewinne ich mit, wie heißt das, Guild's Maze oder Maze of Maze's End Maze's End, genau. Ja, cool, das ist eine Herausforderung, dann drucken wir mehr Gates und mehr Support und irgendwann ist es keine Herausforderung. Gates können immer noch ein cooles Sub-Theme sein in Decks oder als Land-Base und vor allem für eine Budget-Land-Base und Five-Color, mega geil, aber wenn du es tatsächlich als Maze's End Deck baust, ist es irgendwann aus, aber ich finde es gut, dass solche Karten existieren und jetzt mit Rooms mag ich das auch, dass wir bringen was Neues rein und bringen gleich so eine weirde Win-Con mit sich mit, wo Leute dann vielleicht auch mal anfangen, tatsächlich Rooms zu spielen und ein Five-Color-Deck damit zu bauen oder Esper oder so was und dann tatsächlich auch diese Rooms ausprobieren und vielleicht finden sie auch welche, die sie gut finden. Also das ist ja auch so ein Vorteil, weil es muss ja eine Art Incentive geben, dass tatsächlich Leute mit einem Typen spielen wollen, wenn er so inhärent ein bisschen underpowered ist, weil das war zum Beispiel ein Problem mit Battles von, ich finde es so viele Battles sind so geil, aber die Leute haben es nicht gespielt, weil es gab wenig Incentive, die zum ersten Mal zu testen. Hier hast du gleich eine Karte, die das lösen kann, das Problem und deswegen mag ich manchmal solche Designs, die dafür da sind. Vielleicht sind sie cool, vielleicht nicht, aber sie sind auf jeden Fall da, um ein Designproblem zu lösen und also auf eine kreative Art und Weise, finde ich. Und deswegen kriegst du das Spiel. Ganz kurz noch, was ich vergessen habe zu sagen, ich mag da dran auch, dass man sein Deck nicht komplett um Räume rumbauen muss. Also man kann auch das einfach in ein Enchantment-Deck packen oder man kann sagen, die vier oder fünf lustigsten Räume, die ich habe, die benutze ich dann dafür, weil zum einen kann es die Räume suchen und zum anderen kannst du ja sagen, weil du brauchst ja nur vier Stück und die müssen aufgesperrt sein und dann kannst du natürlich Full Risk gehen und sagen, ich habe nur vier drin und wenn dann eines im Exil landet, ist das halt hinfällig, diese WinCon oder du sagst halt, ja, ich habe ein paar mehr und dann kann ich immer noch auf Nummer sicher gehen, wenn mir nicht meine Haupt-WinCon weggeschossen wird. Aber ich mag die Vielseitigkeit, weil generell ist ja oft so, was Freddy gesagt hat, wenn neue Karten sagen, spiel mit diesem und diesem Typ, heißt das auch gleichzeitig, musst du auf jeden Fall kritische Masse drin haben, es muss alles da reingeklatscht werden, was auch nur im Entferntesten diese Mechanik bedient und das musst du bei Central Elevator und Promising Stairs nicht. Ja, genau aus dem Grund bekommst du von mir auch ein Spiel, einfach weil, weil ich glaube, das ist was Cooles, was du einfach mal ausprobieren kannst. Dieses, oh, ich habe ein Deck, in dem kann ich in den Farben quasi alle die Räume reinpacken und dann mache ich das halt, dann nehme ich halt mal was anderes raus und probiere es einfach mal aus und schau mal, wie es sich spielt. Und genau wie Jochen auch gemeint hat, es liegt ja mindestens eine Runde. Also dieses, oh, jetzt sagen wir mal, oh, ich habe drei Räume vorbereitet oder drei Karten vorbereitet, das heißt sechs Räume komplett vorbereitet und ich bringe es quasi raus und unlocke die zwei Räume, dann liegt das immer noch eine ganze Runde, bis man darauf reagieren kann. Und wenn bis dahin nicht darauf reagiert werden kann, dann haben es eure Gegner vielleicht auch einfach verdient zu verlieren und dann haben sie offensichtlich nicht unsere letzte Folge, in der wir über Removals gesprochen haben, geschaut. Ähm, nee, ich finde die auch cool. Also ich, ich finde die ganze, ich finde alles an Räumen, finde ich cool. Ich finde es thematisch sehr cool, dass es in einem Horror-Szenario ist, weil gerade auch, wenn man sich so Videospiele anschaut, da geht es immer viel, oh, der Raum ist verschlossen, da muss man einen Schlüssel finden, mach mir den Raum auf und dann hat man irgendwie was Neues. Und so ist es ja ein bisschen auch für eure Gegner, dieses, oh, es liegt auf dem Feld, es wird angekündigt, das kann jederzeit kommen. Äh, wir wissen aber nicht wann, ähm, mag das, äh, mag ich die Mechanik von Räumen sehr gerne. Und das ist, mei, das ist halt so ein, äh, so ein Initial-Win-Con ist irgendwie, finde ich cool. Äh, ich glaube, ich würde diesen speziellen Raum nicht wirklich jetzt spielen, einfach weil ich glaube, dass ich jetzt bei Räumen nicht so groß werden würde, dass ich sagen, äh, sagen würde, oh, ich spiele das, weil ich, ich glaube, wenn du es nicht für die Win-Con spielst, ich glaube, nur der linke Effekt ist zu schwach dafür. Aber klar, wenn du das da drin hast, dann, äh, ja. Genau, also ich finde es, ich finde es cool, bekommt ein Spiel von mir. Ich glaube nur, dass ich es selbst nicht wirklich spielen werde, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ja. So. Okay. Was folgt? Nun bin wieder ich dran. Ich bin ein bisschen am Überlegen, weil zwei Karten hängen bei mir ein bisschen zusammen. Und ich fange mal an mit der, äh, ja, ich mag es nicht. Zum Beispiel einer dieser Typen, die damals eingeführt worden sind, aber ein Riesenerfolg waren, waren ja, waren ja diese Sagas. Und die Sagas sind ja eigentlich richtig cool designt. Das ist ja was, ursprünglich eigentlich Planeswalker sein sollten. Dieser Effekt, der mit der Zeit runtertriggert, bis er sich irgendwann verabschiedet. Das war eigentlich das ursprüngliche Design-Prinzip für die, äh, für die Planeswalker-Karten. Aber, da, jetzt haben wir The Tale of Time, und vor allem die erzählen immer solche schönen Geschichten, und haben so diese Marriage zwischen Flavor und sonstiges. Und wenn ich mir The Tale of Tamio anschaue, lese ich die Geschichte einer Frau, die nichts anderes gemacht hat, als die ganze Zeit Sachen aufzudecken und nichts anderes. Ähm, denn, The Tale of Tamio, zwei und ein Blau, für eine Legendary Enchantment Saga. Du millst zwei, ähm, du millst zwei Karten auf dem ersten, äh, oder auf eins, zwei und drei, also drei Runden hintereinander, millst du zwei Karten, und wenn sie einen gleichen Kartentypen haben, dann ziehst du eine Karte und du wiederholst diesen Prozess. Und für, äh, und im vierten Modus, dann exilst du eine beliebige Anzahl an Instant Sorceries und oder Tamio Planeswalker-Karten von deinem Friedhof. Du darfst sie kopieren und du darfst die Kopien, äh, eine beliebige Anzahl der Kopien-Casten, was für, wenn du auch nur ein, äh, das ist ein bisschen weird, aber wenn du auch nur ein Ritual hast, kannst du dann nicht einfach Ritual, 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 Ritual und dann den Rest. Wobei ich glaube, du musst das auf einmal festlegen, wie du das machen möchtest. Ja, das kann schon sehr krass sein, das kann schon sehr krass sein, aber wirklich, das geht mir jetzt genau darum, weil du dickst zweimal auf, du hast die Protection, damit du keine Infinite-Kombos machen kannst, wie zum Beispiel, ähm, mit all deine, alle Karten und alle Permanents sind Artefakte, ist ja, äh, Micro-Synthletters. Normalerweise könntest du dann einfach dein ganzes Deck im Friedhof werfen und immer wieder eine Karte ziehen, aber weil du musst eine Karte ziehen, würdest du dich halt selbst töten mit diesen Infinite-Sports. Also, das ist so ein bisschen eine Protection eingebaut. Aber tatsächlich ist es halt so eine Karte, die ist vielleicht ganz cool, aber sie erzählt nichts als Saga. Und das ist mein großes Problem, weil auch wenn ich sie ganz okay finde, manche Skewlisten, also wo du 40 Kreaturen oder 40 Artefakte oder 60 Länder spielst, ist sie wahrscheinlich, findet die wahrscheinlich ihren Ort. Aber, ganz ehrlich, alles, was die Karte mir sagt, ist es, Tamio eine obsessive-compulsive, äh, Archäologin war, die dann weg war und sich selbst liebt, weil sie sich selbst wiederbelebt. Also, ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass es dafür kommt, zum einen, dass sie sich selbst liebt, sondern, dass sie so viele Geschichten gesammelt hat, dass man nach ihrem Tod noch über Tamio was erzählt, um es mal, zumindest in meinem Kopf, positiv zu drehen. Ich würde der Karte einen Exil geben, weil ich die einfach nicht spannend finde. Ich habe kein Deck, wo die rein sollte. Ich habe so ein bisschen das Ding, ja, also, ich meine, es sagt Instant Sorcery oder Tamios. also, da wäre ja dann schon, ich kann es natürlich als reine Millmaschine benutzen für eben so Decks, in denen nur Kreaturen drin sind oder nur Artefakte, aber dann geht irgendwie dieser letzte Effekt nicht mehr so richtig bombig los und gleichzeitig, wenn ich dann meine ganzen Instants und Sorceries da reinballer in Friedhof, also, es ist einfach nicht die Art, wie ich spielen will. und ja, Tamio, weiß ich nicht, ich verstehe auch das Artwork nicht genau, was das, was das genau ist mit dieser, es hat so dieses, ein bisschen diese pixelated Neon Dynasty, diesen Stil, aber es ist so, also, erzählt man sich dort die Tale of Tamio in dem Haus auf Duskmorren oder ist egal, es ist einfach zu belanglos, um sich länger, für mich zumindest, um sich länger Gedanken drüber zu machen. Deswegen Exil. Ist, ich, mein Spiel oder Exil hängt so ein bisschen von einer Ding ab, wenn ich, der vierte Schritt, exile any number of target instant sorcerer and time your planeswalker cast from your graveyard. Copy them, you may cast any number of the copies. Ist das quasi forever? Ich kann die auch in zwei, drei Runden auch noch casten oder ist das die Runde? Nee, ich glaub, du musst sie tatsächlich, weil wenn du sie accessst und kopierst, jetzt in dem Moment. Ja. Dann bekommt sie ein hartes Exil von mir, weil dann, wie Jochen gesagt hat, das ist für mich eine Millmaschine. Ich darf die ja nicht mal vor Free spielen. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, ich mille, natürlich bekomme ich meinen Frito voll und ich hab ein bisschen, äh, ich hab dann quasi die eine Runde, wo ich dann sagen kann, dieses, oh, jetzt hab ich ein bisschen Card Advantage von Instant Sorcery oder Time Your Planeswalkern, aber ich musste ja auch bezahlen. Das heißt, wenn da, also, oh, da ist, keine Ahnung, die eine Time Your Planeswalkerin, hm? Ja, nee, ich hab's jetzt noch mal genau durchgelesen und die Sache ist halt wirklich, du kannst nicht mal multiple Kopien einer Karte machen, du kannst wirklich nur von, du machst, du exhalst sie, machst genau eine Kopie und darfst dann die Kopie, aber eine beliebige Anzahl jetzt in diesem Moment. Aber für Marius Punkt ist, glaube ich, wichtig, dass du, wenn du sie spielen müsstest, wär ich noch mehr bei dir, wir sind ja eh beide wahrscheinlich, wir sind ja eh beide bei einem Exil, aber du kannst ja auch sagen, wenn du sie wirklich nur als Millmaschine haben willst, ich wähle null Dinge aus und damit geht überhaupt nichts ins Exil, dann kann ich weiterhin meine Friedhofstrategie verfolgen. Genau, aber dafür, dafür finde ich die Karte, dann ist es halt auch irgendwie schade, weißt du, wenn ich einen ganzen Effekt von der Karte nicht verwende, dann ist es so, also ich finde auch die, also entweder ich verstehe sie nicht ganz oder es ist einfach, es ist ein bisschen, ich mag Saga schon, also ich meine, ich habe ein eigenes Saga-Deck jetzt gebaut, aber das ist eine Saga, die lese ich und auch wenn ich eigentlich ein Fan bin von diesen, oh, man hat jede Runde immer den gleichen Effekt, wenn es halt ein cooler Effekt ist und ich finde Mill, Mill ist schon cool, aber das ist dieses, oh, du millst zwei Karten, gleicher Creature-Typ, oder gleicher Typ von Karte, im Endeffekt muss man da ja dann auch immer so ein bisschen drauf schauen, ist es dann instant, wahrscheinlich ist es dann halt eher in einem Spellslinger-Deck, sehe ich das vielleicht ein bisschen, wenn man sagt, man hat viele Instant Sorceries, ich weiß es nicht, also mir gibt die Karte nicht wirklich etwas, was sie mich spielen lassen würde, also sie bekommen Exil von mir. Einfach drei Exilien und ich frage mich immer noch, was es mit Tamio zu tun hat. Weil ich denke, es soll Nashi sein, der sie umarmt, aber sie haben auch zwei andere Kinder. Ja, die sind aber nicht so wichtig, weil das sind keine Ratten, die sind nicht süß. Nashi ist ihr Kind? Ja, Nashi ist ihr Ziehsohn quasi. Okay, ich freue mich immer noch auf die Folge, wo ihr zwei mich mal ein bisschen über Slow aufklärt, weil ich glaube, da hängt es bei mir noch, da kommen ein paar Bombshells Bombshells für mich rein. Ja, okay. Dann würde ich mal von einem Exil direkt in ein Spiel übergehen. Und zwar gehe ich auf ein Enchantment, wo ich, ich habe ein bisschen Angst, das ist zumindest in meinen, ey, dieses Stack hat schwarz, ich packe diese Karte mit rein, weil ich in letzter Zeit in meiner Playgroup häufiger auf Ward getroffen habe und ich finde Ward an sich nicht blöd. Ich finde, wie gesagt, ich habe vorhin ja bei, äh, bei dem anderen gesagt, ich finde die Ward mit Sacrifice drei Creatures, finde ich brutal, finde ich geil, finde ich lustig. Ähm, aber wenn ich dann hier so was habe wie Nowhere to Run, für ein beliebiges und ein Schwarz, ist ein Enchantment, äh, kann ich in Flash Speed, äh, Speed spielen. Ähm, wenn das aufs Spielfeld kommt, äh, bekommt Target Creature an Opponent Controls minus drei, minus drei. Und ich glaube, der eigentlich wichtige Teil, wo es in diesem Enchantment drum geht, ist, dass die, Kreaturen deiner Gegner, ähm, können Targets von Spells werden, als ob sie kein Hexproof hätten, das heißt quasi Hexproof wird aufgehoben und die Ward Abilities, äh, von Kreaturen triggern nicht. Ähm, und allein der Effekt für zwei Mana finde ich schon, finde ich schon echt okay. Also finde ich schon, finde ich schon nicht mies. Ist jetzt wahrscheinlich nicht etwas, was man in jedem Spiel braucht, ähm, aber ich glaube, wenn man das so in der Hinterhand hat und dann irgendwie gegen Woja, oder was auch, keine Ahnung, Woja ist nur das, worüber sich alle aufgeregt haben, ähm, aber dann irgendwie Ward kosten oder beziehungsweise auch Hexproof umgehen, wo jetzt heutzutage basically auch fast schon in jedem Precon irgendwie Swiftfoot Boots oder, äh, sowas drin ist, ähm, glaube ich, kann das eine, kann das eine Utility-Karte sein, die zusätzlich ja noch als Removal gilt, weil ich kann die Karte ja spielen, 3, minus 3, minus 3, äh, auf eine Kreatur, die vielleicht Hexproof hat, weil die Karte, äh, desabelt ja quasi das. Und deswegen finde ich, dass für zwei Mana eigentlich eine, äh, grundsolide Karte für eine Uncommon mit Flash Speed. Also ich finde, die hat für mich nur Upseids. Also ich finde, da finde ich viel Negatives dran. Deswegen gebe ich dir auch ein Exil. Ich finde, die könnte, also für mich müsste sie ein bisschen mehr kosten, dafür, dass sie, im schlimmsten Fall, ist sie ein Indestructible Removal, von, die meisten, es wird viele relevante Kreaturen erwischen, mit Flash für zwei. Und dann kommt halt auch dazu, dass du Hexproof und Ward umgehen kannst. Und das ist schon, also es ist schon ein harter Effekt. Und dadurch, dass die, also die, also dazu, dass sie auch als Removal zählt, kann man sie ja in nahezu jedes Deck reinpacken, das schwarz hat. Dafür finde ich sie ein bisschen zu, also mich nervt sie dafür zu sehr, schon allein beim Anschauen. Deswegen Exil spielt sie ruhig gegen mich. Es wird mich dann noch weiter nerven, immer, immer mehr. Aber, ja, sonst ist es aber, es kriegt ein Exil, weil sie eine gute Karte ist. Mein, mein Bruder freut sich ja auch sehr über solche Karten, weil der spielt, baut gerade ein Gen Arcanum Weaver Deck. Und das ist ja manchmal schwer, mit den günstigen Enchantments, die da auch eine Utility haben, weil effektiv macht es dein Ding, du machst dein Ding und dann kannst du das schön in was anderes rein sacrificen. Und Gen Arcanum Weaver wird das halt geopfert und dann würdest du ein anderes Enchantment aus dem Friedhof zurückbringen. Bei mir bekommt es auch ein Spiel, weil ich hab, ich mein, Shay Cormack hat bei mir in Assassin's Creed ein ewiges Spiel oder Exil bekommen dafür. Dafür, dass der Walt und Hex Proof und, aber er macht auch noch Schraub weg, was ich find schon relativ wichtig ist. Ähm, ja, ich find's cool und was ich halt auch mag in den Sets sind manche dieser kleinen Anspielungen an, die es doch irgendwann einmal gibt, also mit den Nowhere to Run, ähm, mit diesen Augen, ich weiß nicht mehr aus welchem Spiel das war, weil das ist, ich kenn das, ich kenn die Szene im Kopf, aber ich kann euch leider nicht sagen, woher das ist. Äh, trotz mich an, dass ich nicht weiß, aus welchem Film das ist. Es kommt genau, wenn wir Aufnahme beenden drücken, genau dann kommt's, ich verspreche es dir. Genau, ich weiß, ich weiß. Was sich an der Karte auch so geil, weißt du, wenn wir, wenn wir darüber reden, oh, die Karte ist stark, es hätte ja auch einfach heißen können, weißt du, keine Kreatur kann Hex Proof oder Ward haben, aber nein, es heißt explizit, nur die von Gegnern. Ja, deswegen mein Exil. Ich find's für zwei ein bisschen hart. Jochen ist nur eifersüchtig, weil er kein Schwarz spielt. Wenn die weiß wär. Tja, das kannst du, diese Karte würde es in weiß einfach nicht geben. Shake Hormack ist die andere Hälfte. Ja, Shake Hormack, aber der muss natürlich Schwarz dabei haben. Das ist schon richtig. Und du musst auch ein Mana zahlen. Und du findest die auch cool. Ja, ich mag Shake Hormack, ich mag, ich hab nur, Shake Hormack ist schwieriger, irgendwo reinzusplashen, als No Way To Run. Und Shake Hormack als Commander find ich insgesamt immer noch cooler, weil du weißt, dass er da ist. Er wird auch teurer, wenn du ihn kaputt machst. Und No Way To Run ist halt, wie gesagt, es gibt keinen Grund, es nicht in jedem Deck mit Schwarz zu spielen. Für mich. Okay. Na dann, machen wir mal weiter. Ja. Was gibt's bei dir, zu spielen oder nicht spielen? Was, was ich nicht spielen werde? Es gibt, es gibt auch ein Positivbeispiel dazu, aber um das geht's jetzt gerade nicht. Es gibt zwei Arten von, Land Cycles in Duskborn. Es gibt den ganz coolen Land Cycle, der sagt, der hätte ein Spiel von mir bekommen, der sagt hier, ich mach Mana von einer Farbe und wenn du ein bestimmtes Basic kontrollierst, dann, ne, sag glaube ich sogar nur Land Type, dann mach ich auch Mana von einer anderen Farbe. Das sind sehr gute Länder, aber da musste ich nichts dazu sagen, denn die sind einfach gut. Ich glaub das, das ist, da muss man auch nicht diskutieren. Und dann gibt's noch diesen, ich nenn ihn jetzt mal den Meme Land Cycle. Als Beispiel hab ich wieder was mit Weiß rausgesucht. Floodform, äh, Flood, Floodfarm Verge, so ist es richtig. Land kann Weiß produzieren und, na, ich hab's falsch rausgesucht. Du meinst Abandoned Campgrounds. Genau. Die sagen auf jeden Fall, sie kommen nicht getappt rein, nur dann, jetzt hab ich mich selber verwirrt, hervorragend, die Länder, die ich nicht mag, die ich an Exil gebe, sagen sie, ich komme getappt ins Spiel, außer ein Gegner hat 13 oder weniger Leben. Hm. Das ist... Ein Spieler. Ein Spieler, du kannst es auch selber sein. Ich find, das ist in Commander nicht besonders relevant. Es gibt die Decks, in denen das funktionieren kann. Da kann man sie auch dann reintun, wenn man unbedingt will. Aber ich seh schon, also ich meine zumindest zu glauben, wo das herkommt, nämlich normal, also ganz normalen Standardplay, wo halt 13 schon auch leichter zu erreichen ist. Weil ja, jetzt krieg ich halt ein zweifarbiges Land, falls irgendjemand unter 13 Leben hat. Also bis es dahin ist, brauch ich es wahrscheinlich nicht mehr. Und da gibt's einfach bessere Länder, die man sich besser raussuchen kann. Und da ist dieses mit Haha, 13, Ha, Unglückszahl, Pech gehabt, und was ist dir, was ist mein großes Unglück, dass du ein ungetapptes Land kriegst? Wow. Richtig Horror. Much, äh, much Terror hier. Much Scare. Find ich, ich find die einfach langweilig und ich find tatsächlich, dass die, die haben nur ein Meme anzubieten und das ist nicht mal gut. Mhm. Ich mein, eine Sache, wo sich vielleicht Leute drüber freuen werden in Standard, ist, äh, Leute sind down bad, also sind richtig down bad, die spielen Thrawn Portal, unironisch. Ähm, einfach, dass, wenn du unter 13 Leben bist, dann ein ungetapptes Land bekommst, äh, was du brauchst, um den Board Ride zu spielen gegen die viele der Agro-Spieler, ist das vielleicht gar nicht so kacke. Äh, äh, muss ich sagen. Und das ist ja auch eine Idee, 13 ist jetzt auch nicht so viel im One-Wi-One und die sind ja ein bisschen auch für, äh, Limited da, wo das ja wahrscheinlich auch der Schaden passieren wird und dann sind es tatsächlich ungetappte Länder und da find ich die schon wieder gut. Ähm, deswegen, ich seh den Ort, wo sie sind, ich find's ja tatsächlich gar nicht so schlecht zu sein, ich find auch, dass das memehaftige 13, so, äh, das, das ist so ein Problem, weil wahrscheinlich sollte, ist die echte Zahl, die es eigentlich sein sollte, wahrscheinlich nicht 13, aber es wird 13 gemacht, damit es ein Meme ist, ähm, ich find's irgendwie, es ist ein, es ist ein Riesenunterschied, wenn sie in jedem Pack sind, bekommen sie ein Spiel, weil es kann Limited immer sehr interessant machen, wenn du in Limited gute Land-Bases hast, aber wenn die wieder One-Offs random sind und nicht garantiert in jedem Pack, dann bekommen sie einen Exil. Und ich weiß jetzt leider nicht, wie sie Packs sich niederbrechen, weil viel von meinem Enjoyment wird an Limited anhängen und wenn die einfach wieder random hier und da mal drin sind und keine Sachen und du kannst da doch maximal drei Color Decks oder für einen Splash spielen, dann find ich's schon wieder nicht so interessant für das Set. Ja, also von mir bekommen die 13, äh, 13 Leben Länder für Commander auf jeden Fall in Exil. Also ich glaube, da sind wir, sind's mir, glaube ich, wahrscheinlich alle im gleichen Boot. Ähm, die, ich find die anderen, die du auch vorgestellt hattest, die mit den, äh, oh, ist tap für ein, äh, eine Farbe und wenn ich einen, äh, Land-Type kontrolliere, die andere Farbe, die find ich super sexy, die find ich sehr, sehr cool. Ja, die sind nice. Ähm, die sind so cool. Die hätten auch das Spiel bekommen. Ja, genau, ganz genau. Das wollt ihr nur kurz hier mal rein. Aber ja, die 13 für Commander auf jeden Fall, äh, in Exil. Und, äh, wie Freddy gerade gesagt hat, ich mein, ich bin jetzt ja gerade so ein bisschen am Einsteigen in, äh, die ganze Standardsache oder so, mich bedraften, also aneinanderzusetzen. Und ich glaub schon, dass das da wahrscheinlich cool sein kann. Ähm, aber das kommt wahrscheinlich halt auch drauf an, wann, wann man es zieht, wie häufig man die, wie Freddy gesagt hat, wie häufig die, äh, Sets, äh, in Boostern drin sind. Ähm, ja, ich mein, ihr kennt mich, ich find Länder generell immer das Unspannendste an Magic, aber, äh, ja, der Meme-Faktor stört mich persönlich jetzt nicht so. Aber ich verstehe, warum sie's so gemacht haben. Und, äh, ich mein, sie wollen halt auch ein bisschen hier, äh, Fanboys und Fangirls abholen. Und das, das kann ich, das kann ich, äh, das kann ich wertschätzen. Okay. Bin ich denn dann schon wieder an der Reihe? Mhm. Oh, wow. Dann komm ich jetzt, das ist ja, glaub ich, schon meine letzte Karte. Ja, wir sind bei unseren letzten Karten. Es ist, es ist ja schön. Ich möchte, ich möchte zu dieser Karte etwas sagen und zwar, ich werde diese Karte bauen. Ich werde diese Karte als Commander bauen. Ich hasse sie allerdings mit jeder, ich kann sie nicht mehr wirklich anschauen. Ich hab sie hier auf dem Screen geöffnet, ich kann sie nicht wirklich anschauen. Denn, ich habe wahnsinnige Angst vor, äh, Puppen, vor Dolls. Äh, und wir reden hier über, ich muss mir die Hand davor halten, Arabella Abundant Doll. Äh, die macht, das ist ein, äh, ein Spielzeug, eine 1-3 für, äh, Boros, also ein Rot und ein Weiß. Und die sagt von wegen, immer wenn sie angreift, äh, äh, fügt sie x Schaden jedem, äh, Opponent zu. Und ich bekomme x Leben, wo x gleich die Nummer an Kreaturen ist, die ich kontrolliere mit Power 2 oder weniger. Also quasi Power 2 oder weniger Matters Ding. und ich, äh, ich möchte so ein, ich möchte so ein kleines, äh, so ein kleines Ding bauen, äh, quasi ein Spielzeug-Deck, wo im Endeffekt, sie haben schon relativ viele coole Toys angekündigt, dann so ein bisschen Power, Power Matters, also wenig Power Matters, weil ich das bisher auch noch nicht habe. Äh, ich muss irgendwie mir noch was überlegen, wie ich mit den Puppen zurechtkomme, aber ich liebe es. Das ist genau das, was ich meine an Halloween, diese Sachen. Ich grusel mich wahnsinnig davor. Auf der anderen Seite finde ich es auch super cool und amazing, dass etwas, äh, solche Wirkungen auf Menschen haben kann und deswegen will ich sie unbedingt bauen ab. Ich hasse sie und deswegen kommt sie in Exil von mir. Das ist die ganze Story zu der Karte. Thanks for coming to my TED-Talk. Ich würde dir, ich gebe dir ein Spiel. Ich finde, also das, das mit Boros, äh, gibt's ja jetzt schon ein bisschen entweder billig oder klein. Ähm, Matters, das ist noch nicht so, dass es mich nervt, das ist noch nicht totgeritten, die ganze Nummer. Sie muss angreifen dazu. Du hast es gut gemacht, das ist, äh, also das verhindert schon mal, dass sie übertrieben unfair ist, weil mit 1,3 bist jetzt nicht die größte Bestie im Horrorhäuschen. Und dafür finde ich eigentlich den Effekt ganz witzig, weil es gibt sau viele Kreaturen, die genau das Kriterium erfüllen, das sie halt will, also Power 2 oder weniger. Und man kann sie sogar, die kriegt auch noch wieder ein handfestes Spiel, weil man kann sie als Artefakt und Legendary Creature, kann man sie auch in, also kann ich sie in mein Abasmir-Deck reinhauen, dann zieht sie auch noch mal Leuten Leben ab, plus in Abasmir sind sowieso ganz viele, ähm, Historics, die halt nicht besonders viel Power haben, weil die einfach wenig kosten müssen. Und da ist es, glaube ich, schon ganz cool, wenn du irgendwie so einen Meister-Assassin hast, der so eine verfluchte Gruselpuppe immer am Gürtel hängen hat, so ein bisschen wie Warlord Dementus mit seinem Teddy. Ja, das ist wirklich ein Spiel. Also, ich finde ja, äh, Puppen nicht gruselig. Du wärst im Haus meiner alten Oma verrückt geworden. Ich bin im Haus von der Oma meiner Frau verrückt geworden. Die hat Puppen selbst gemacht. Kurze Story am Rande. Das erste Mal, dass ich bei meiner Frau damals Freundin übernachtet habe, so, ey, ja, geil, ho, erstes Mal bei meiner Freundin übernachtet. Ich komme hoch und, like, das ganze Zimmer ist voller Puppen. Ich habe die Nacht legit keine Sekunde geschlafen. Das war eine der schlimmsten Nächte in meinem ganzen Leben. Sorry, das ist die Story zu Ende. Ab. Ich habe nur kurz, bevor du, dann schiebe ich, glaube ich, auch noch die Anekdote ein. Mein ehemaliger Mitbewohner hat in Bayreuth eine Zeit lang studiert und hatte da eine Wohnung und es war so, er musste, um zur Toilette zu gehen, durch den Gang, den er sich, glaube ich, auch mit seiner Vermieterin geteilt hat und das war halt nicht so weit, dass man das Licht anschalten musste, aber da saßen ganz viele Puppen auf Regalen und auf Kommoden und die hatten auch so kleine Kinderwagen. Das, ich habe keine Angst vor denen, nicht wirklich, aber es war schon ein bisschen der Gang des Grauens. Äh, 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 weg und so und ich habe auch einen Kumpel, der hat Angst vor Puppen wie du und, ähm, du Monster. Ich habe halt tatsächlich eine Puppe bei ihm in seinem Zimmer versteckt und er wohnt da nicht mehr, aber er hat auch die Puppe nie gefunden. Das heißt, da ist immer noch ein Ratchet wie ein dieser alten Puppen versteckt. Alter. Da bin ich mal gespannt, wie, äh, ob das hier immer mal rauskommt oder was, äh, was damit los ist, aber die müssen da immer noch drin sein, weil er wohnt immer da. Irgendwann erzählt er dir, oh, weißt du, Freddy, ich vermisse die alte Wohnung schon, aber irgendwie ab einem bestimmten Punkt habe ich jede Nacht von Puppen geträumt und deswegen bin ich auch ausgezogen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nicht mehr ausgehalten und dann, sobald ich in der neuen Wohnung war, war es einfach weg. Es ist, äh, auf jeden Fall, da müsste, entweder seine Mutter hat es irgendwann gefunden, nachdem er ausgezogen ist, weil es war von ihnen aus oder, oder sie liegt da immer noch. Äh, Arabella. Eins, ähm, bevor wir da weitergehen, äh, ich finde die irgendjemand langweilig, ich tut mir leid, ich muss jetzt mal sagen, und du kriegst von mir einfach ein Exil, weil, äh, ich verstehe es, ähm, dass du dann diesen Damage machst und du bekommst x Leben, aber, ähm, ich hab halt, äh, Alibu gespielt, der so ein bisschen was Ähnliches macht. Und das ist einfach ein Deck, das ist so cool, ich fand in der Idee, es hat sich einfach so, und das kenne ich bei vielen Leuten, manche Leute finden es richtig geil, aber es hat tatsächlich ein Gameplay, das wird nicht jedem gefallen. Und vor allem, das merkt man leider erst wirklich, wenn man es spielt. Und, äh, dadurch, dass ich eben diese Erfahrung mit Alibu schon gemacht habe, der halt Damage macht für getappte Artefakte, die man kontrolliert, äh, und dann machst du halt so viele Artefakte wie möglich, du tapst alles, du rennst rein und burnst jemanden effektiv und das ist zwar ein Agro-Deck, dass eine Person halt schnell heraushangern, aber dann ist halt sehr leicht das Steam aus, weil die Restriction so hart ist und ich sehe halt nicht, wie Arabella dieses Problem löst. Ich glaube, außer dass maybe, weil, weil, effektiv hast du ja immer noch einen Board gemacht, weil du hast ja sowas wie Mure Battles gespielt, was viele kleine Artefakt-Kreatur-Token mit reingebracht haben, weil das war einer der einfachen und ich sehe das bei Arabella nicht anders und deswegen, ähm, kriegt es einfach von mir ein Exil, basierend auf vorherigen Erfahrungen mit Alibu. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist bei mir auch sehr stark ein Theme-Deck, also das, was ich bauen möchte, das ist ganz klar, dass ich grusel mich davor, aber ich will trotzdem, äh, schauen, es sind ein paar coole, coole, in fetten Anführungszeichen, Puppenkarten jetzt mit dem Set rausgekommen. Ich glaube, das ist ein, ich, es ist halt, ich meine, ich weiß nicht, ob man das so anbringen kann, aber es ist halt auch ein Uncommon Commander. Ich finde schon, dass das oft so ein bisschen was über die, zumindest die, die ich mir bisher angeschaut habe, über so die Besonderheit des Effekts irgendwie ein bisschen, was okay ist. Ich schreit es gar nicht, ich finde es nicht schlimm, aber ja, das wird bei mir so, ey, das sind Puppen und deswegen ist das, äh, gruselig für mich, wahrscheinlich alle anderen am Tisch nicht, weil sie es lustig finden, weil ich die Karten nicht lesen kann, die ich mal oben zuhalten muss. Äh, Ich glaube, bekommt ihr eh Exil. Ich glaube, die ist lustiger, wenn man sie in der 99 hat, als Commander. Weil ich finde, der Effekt ist cool, der ist cool, wenn man ihn benutzt und dann ist sie halt weg, weil sie ins Exil geschickt wird oder einfach stirbt, aber so als Commander, glaube ich, hat man einen starken Abnutzungseffekt, weil man sie wirklich immer sieht und dafür ist er auch nicht so, wie gesagt, ich finde nicht, dass er, dass es ein totgerittener Effekt ist, weil so oft gibt es den auch nicht, aber er ist halt nicht übertrieben spannend dafür, dass ich sage, das ist mein Kern-Gameplay-Element. Ja. Ja. Außerdem glaube ich, haben wir einen kleinen Fehler gemacht, weil ich habe nämlich noch zwei Karten auf der Liste. Ich glaube auch. Vielleicht haben wir das getan. Ja, deswegen gehe ich jetzt aber rein mit einer anderen Zwei-Mana-Legende, die ich tatsächlich cool finde. Viel davon hat damit zu tun, dass es eine Ratte ist und Nashi. Nashi-Searcher in the Dark. Es ist ein Ratten-Ninja-Wizard, der nur Blau und Schwarz kostet und immer wenn, er hat Menace 2-2 und immer wenn Nashi-Searcher in the Dark Combat-Damage macht, dann minst du so viele Karten und du darfst eine beliebige Anzahl an den gemäldeten Legendary oder Enchantment-Karten wieder auf deine Hand nehmen, also von den Gemälden. Und wenn du keine Leihkarten zurückgenommen hast, auf diese Art und Weise, dann bekommt Nashi einen 1-1-Counter. Und wird größer. Zwei-Mana-Timir-Commander ist genau mit dem, was ich eingestiegen bin, mit Sick River Cutthroat. Was tatsächlich auch ganz cool mit ihm funktioniert. Ich habe jetzt auch einen Nashi-Deck, den Sultai-Nashi, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich den lassen würde, weil ein Problem, was ich halt mit ihm oft sehe, ist tatsächlich, dass der grüne Teil mehr Krücke ist, als das, was ich eigentlich damit machen möchte. Deswegen werde ich mal ausprobieren, einfach dieses so ein aggressives, schwarz-blaues Rappen-Deck zu bauen, auch mit den Legendaries, da kommt ja auch relativ viel drüber. Ich mag auch, dass es Legendary Cards ist, also einer der Gründe, weswegen ich den Sultai-Nashi-Spiel ist, weil der kann nämlich aus dem Friedhof Legendaries Exile und darfst eine Kopie davon machen. Und meine Idee war ja, dass ich Agatha's Soul Cauldron millen kann und dann habe ich so ein Agatha's Soul Cauldron-Theme. Das würde sich zum Beispiel auch ganz cool hier reinpacken und auch Sick River Cutthroat. Und vielleicht ist es Zeit, eine neue Version meines ersten Decks mal wieder zu machen und ich denke, der ist gar nicht so leihwendig an Front davon. Vielleicht ist es trotzdem einfach besser und interessanter, aber hey, ich muss es mal ausprobieren und im Zweifelsfall wird halt mein erstes Deck mal wieder revived. Ja, ich finde den so cool. Ich finde, ich mag diese Art von Commander, die, sie sind billig, sie kommen raus, sie haben in sich gerade schon Evasion drin mit Menace. Das heißt, irgendwie gleich Runde 3 oder sowas, vielleicht Runde 2, Runde 3 bekomme ich schon meinen ersten Trigger irgendwie mit rein und dann machst du einen Effekt und wenn der Effekt quasi nicht triggert, also in dem Fall so, ich finde keine Enchantment oder Legendary, dann mache ich etwas, damit ich das nächste Mal mehr Chance darauf habe, so wie Nashie wird größer, das heißt, ich mille das nächste Mal drei Karten, wenn ich drei Kampfschaden mache und ich mag diese, ich mag diesen Effekt von diesen Fail Proving, dieses, also sicher gehen, dass es wird immer größer, es wird immer größer, die Chance wird immer höher auf den Effekt, den ich eigentlich erreichen möchte. Ich finde den super schön gestaltet, ich finde auch diese generell, ich hatte jetzt hier in unseren Notes, habe ich diese Double Exposure Art Treatment von ihm drin und ich finde die einfach generell wahnsinnig schön und die Mii ist eh meine Lieblingsfarbkombination, deswegen, ich liebe alles an diese Karte, also wenn du sie nicht in Spiele gepackt hättest, genauso wie Walgerwoth, das wären genau auch zwei Spielkarten von mir gewesen. Ich gebe dem auch ein Spiel, ich mag das, dass das nicht sagt, dass der andere Spieler so viel millt, man hat trotzdem einen coolen Effekt, also ich habe jetzt nicht übertrieben, wir hätten jetzt nicht übertrieben salty, wenn ich millen muss, aber so kann der, der das spielt, was damit machen, entweder Nashi wird cooler und wird stärker und erhöht dann halt die Chance, dass der erste Effekt triggert oder du hast da direkt was aus dem ersten Effekt raus und ja, alles was ihr gesagt habt, 2-2 für zwei Mana mit Menace, das ist einfach, das ist auch auf einer normalen Kreatur gut und als Commander ist es auch schön und generell mag ich es, wenn Commander vor ins Spiel kommen, damit einfach schon mal was abgeht und dann sind halt schon mal zwei Schaden irgendwo oder vier oder sechs, keine Ahnung, wo es halt ist und deswegen fand ich den ganz hübsch, ich finde nur tatsächlich das Alternate Artwork, ich finde beide Artworks absolut nicht schön. Ich mag auch das Alternate nicht und ich stimme dir da tatsächlich zu, dass ich, dass es mein eigenes Problem ist jetzt, dass ich mit beiden Artworks so ein bisschen ein Problem habe, aber ich finde das Alternate Artwork gar nicht so schlecht, weil diese Mindspiral sieht doch ganz lustig aus. Ja, also mir gibt es alle, also beides nichts. Einmal dieses, das eine sieht aus wie eine Ratte, der das Hirn explodiert und das andere sieht aus wie, hey, ich bin von den Teenage Mutant Ninja Turtles, aber ich bin halt der Sohn von Splinter und mit Uncooler, mit der Kleidung von April, nee, das, also rein Artwork-technisch hätte ich ihm mir nichts hier gegeben, aber es ist eine schöne Karte. Ja, also ich finde auch, dass das Standard-Artwork gefällt mir nicht. Ich finde, ich finde vor allem hinten Tamio in dem Bilderrahmen, die irgendwie schreit, um ihn zu schützen oder was auch immer, keine Ahnung, es sieht für mich ein bisschen, ja, viel Ghostbuster Dragon Ball auch mit diesem Live-Counter-Power-Ding im Auge, aber genau deswegen fand ich die Alternate-Artwork-Karte. Geht es euch generell mit den Alternate, diesen Double Exposure-Karten so, dass ihr die nicht so schön findet, weil ich feier die so hart. Hm. Ähm, kommt drauf an. Also ich mag die Gölben, wenn du die meinst. Meinst du die Gölben? Ja, genau, diese mit, wo quasi zwei Belichtungen das eine in der einen Farbschema und das andere Farbschema dann so überlagert. Hm, mag ich tatsächlich nicht. Ich find's bei Wandering Rescue ganz cool. Mhm. Aber wenn ich mir die ganzen Artworks, die bis jetzt draußen sind, äh, nee, eher nicht. Ähm, auch dieses Special, also viele der Special Artworks in den Sets tun's nicht für mich und dann existieren halt einfach Walgawoth-Slayer. Was ich zum Beispiel sag, oh, das ist dieses andere mit diesen Frame, wie heißt's, äh, wie heißt das andere Showcase Artwork mit diesen Fernseher-Frame, hm. Ah, ja. Da ist dann zum Beispiel einfach sowas wie Walgawoth-Slayer drin und das find ich schon geiler. Mhm. Sehr interesting. Also das ist, äh, aber das ist halt auch ein sehr, sehr stilisierter Ding. Ich glaube, das magst du oder du magst es halt nicht. Für mich trifft's voll. Also wenn ihr eure Double-Exposure-Karten loswerden wollt, ne, hier. Kein Problem. immer gern. Ich find die tatsächlich nämlich alle nicht so richtig prägernd. Aber diesmal hat mich kein Alternate-Artwork in dem Set irgendwie wirklich abgeholt. Hm. Ja, Freddy, dann mach doch gleich noch weiter. Jo, dann mach ich noch gleich weiter und, äh, jetzt enden wir da in den Exil bei mir. Woooo! Let's go! Und der Rollercoaster geht dem Ende hinzu. Oder soll ich den Rollercrusher sagen? Der Rollercrusher-Ride ist X und 2 rot für ein Legendary Enchantment Mythic. Ähm, mit Delirium. Wenn eine Source, die du kontrollierst, Non-Convert-Damage, äh, auf eine Permanent oder Spieler machen würde, während vier oder mehr Kartentypen in deinen Friedhof sind, dann machst du doppelten Schaden stattdessen. Und wenn Rollercrusher-Ride ins Spiel vor Eilt kommt, dann, machst du X-Schaden auf jede bis zu, äh, X-Kreaturen. Also das ist auch kein wirklicher Border. Es ist ein Damage-Dubbler, der ein bisschen sowas wie ein Target-Removal Board-Web sein kann, der, wenn du Delirium online hast, aber erst ein Dubbler ist, deswegen kostet der ein bisschen weniger. Und, ähm, äh, ja, Dubbler bekommen grundsätzlich ein Exil von mir. Erst einmal until proven otherwise. Äh, und nein, ich finde günstiger dafür durch Hoops zu jumpen, die keine wirklichen Hoops sind, weil sie im Late Game meistens eh natürlich aktiv sind. Das ist für mich so unglaublich langweilig an einer Karte. Und sie ist halt, und ich weiß genau, dass Leute, die ich kenne, sie spielen werden, weil sie kostet umgerechnet drei CMC, was sie in Boros reanimierbar macht, womit du genau den Non-Combat-Damage haben willst, womit du den Impact-Tremor doublst, womit du den Jolly-Balloon-Man dann deinen Angra's Marauder doublst und ja, es ist für mich schwer, eine langweiligere Karte in meinen Augen zu konzipieren. Ich finde die gar nicht so langweilig, ich würde, doch, ich gebe dir, glaube ich, ein Spiel, obwohl ich nicht gut, also, ich glaube, es werden sich Leute den Arsch beißen, weil da steht Target Creatures und nicht Target, also, einfach nur Any Target, weil das wird viel öfter als nicht, wird man denken, ja, geil, jetzt sind alle Leute in Kill-Range und dann triffst du sie nicht. Sonst finde ich es eigentlich ganz okay, weil es auch Leuten mal vor Augen führt, dass man Graveyard-Hate haben sollte, damit eben nicht Delirium einfach so vor sich hin gurken kann und man jederzeit von seinem Delirium-Status leben kann. Deswegen, ich finde es ganz nett, ich finde, dass es das Zweite unten hat, dass es auch noch Schaden macht, ja, okay, also, ich glaube, es wäre nicht super nötig gewesen, aber ich glaube, das wird schon seinen Platz finden. Ich muss mal überlegen, ob ich ein Deck habe, wo ich es mir reinbaue, aber generell mag ich die Karte eigentlich. Mir geht es ähnlich, also, auch wenn ich den Effekt von Damage-Doubling, langweilig ist das falsche Wort, aber sehr overused finde. Ich habe im Moment ja einen Dragonhawk Fades Tempest gebaut, Mono Red, was im Endeffekt Exile-Karten und wenn die Karten nicht gespielt werden, dann machen sie eben Gegner Schaden. Und ich war auch so, ich schaue einfach mal, was ich an Damage-Dubblern habe und haue einfach alle roten Damage-Dubbler in das Deck mit rein, damit es halt, ich kann nicht so viel Damage-Dubbler reinpacken, wie ich habe und ich habe jetzt nicht keine besonders große Kollektion, weil einfach mir sonst die Slots für andere Karten ausgehen. Also ich habe das Gefühl, dieser Effekt existiert oft und in jeglicher Art und Weise. Jedes Mal, du machst zwei mehr Schaden, machst einen mehr Schaden, verdoppelst den Schaden, verdreifachst den Schaden und dann halt in jeglichen Ausführungen auf Permanence, nur Spieler, Combat-Damage, Non-Combat-Damage und ja, warum ich die Karte eigentlich trotzdem so cool finde, ist gar nicht mal dieses eingebaute Removal mit drin, also quasi, dass ich, oh, ich kann zwei Kreaturen quasi Sayonara schicken oder drei, je nach wie viel X ich zahle, sondern, dass Leute damit interagieren können, ohne es mir zu removen. Die Karte kann immer noch auf dem Spielfeld liegen und sie können mir einfach mein Graveyard exilen und dann sitze ich da ohne Delirium und dann macht die Karte Shit-Diddly für mich, weil ich nichts in meinem Friedhof habe. Und das finde ich, das finde ich einen coolen Effekt, weil es quasi, natürlich kannst du mir auch einfach so removen, aber so hast du quasi zwei Möglichkeiten, damit zu interagieren, wenn es wirklich etwas ist. Oh, das setzt uns zu, weil anstatt, keine Ahnung, vier Schaden jede Runde kommen auf einmal acht Schaden jede Runde auf uns zu, nehme ich dir einfach deinen Friedhof weg und dann brauchst du wieder ein bisschen, bis du den aufgebaut hast. Und deswegen finde ich die Karte eigentlich sehr nice. Vor allem, ich finde das Artwork auch sehr geil. Und das ist tatsächlich, wir sehen hier zwar eine Rollercaster, also eine Achterbahn irgendwie und man sieht schon sehr klar, dass es eine Achterbahn ist, aber trotzdem ist es in diesem fantastischen, sie ist so krass abgedreht, dass es nicht wirklich eine Achterbahn sein könnte und da kommt ein Monster hinten raus, das nimmt mir meine Immersion irgendwie nicht. Und das finde ich, wo ich eigentlich den Titel gelesen hätte, okay, da ist eine Achterbahn drin, nee, spiele ich allein schon deswegen nicht, stört mich das hier tatsächlich gar nicht so sehr. Also von mir bekommt die ein Spiel. Ich werde einen langweiligeren Damage-Dubbler aus dem Dragonhawk-Deck rausnehmen und den da, glaube ich, dafür reinpacken, falls ich ihn ziehen sollte. Ich finde den cool. Jochen, last but not least. Ich habe noch eine, dann jetzt, am Ende ist es Zeit für Return of the Stigma-Reckoner. Stigma ist Läscher. Ja, aber es ist ja Stigma-Reckoner, denn es hat ja, es verbindet zwei Karten, die ich sehr gern mag, die Karte, die ich jetzt dabei habe. Screaming Nemesis ist eine Kreatur, ein Spirit, was nicht unwichtig ist, weil Spirits sind durchaus ein Tribe, der schon ein bisschen Relevanz hat. Kostet zwei und ein Rot, hat Haste. Drei, drei und immer, wenn ihm Schaden zugefügt wird, fügt er einem beliebigen anderen Ziel so viel Schaden zu und wenn ein Spieler auf diese Weise Schaden erlitten hat, kann er für den Rest des Spiels kein Leben mehr dazu kriegen. Die Karte an sich ist schon nice, weil die, wie gesagt, die verbindet halt zwei Karten. Zum einen den Stigma-Läscher, der sagt hier, wenn der einem Spieler Schaden zufügt, kann der bis zum Ende des Spiels, also für den Rest des Spiels kein Leben mehr bekommen. Der hat zwei, zwei und kostet zwei Rot und dann den Boros-Regener. Freddy weiß, dass ich den sehr lieb. Drei, drei, kostet dann drei Hybrid-Boros-Mana und der sagt immer, wenn ihm Schaden zugefügt wird, dann fügt er in einem beliebigen Ziel so viel Schaden zu. Das ist ein, also das mit dem Kein-Leben-Kriegen ist unglaublich mächtig und dieser Abschreckungseffekt ist brutal. Gleichzeitig ist es nicht nur ein Abschreckungseffekt, denn ich kann ja auch sagen, es ist in Rot. Ich hau da ein Blasphemous-Act rein, dann schieße ich irgendwo hin 13 Schaden und selbst wenn es das Ziel nicht tötet, wird es von da nicht mehr wegkommen von dem, wo es dann ist, denn es kann kein Leben mehr dazu bekommen. Das ist sehr, sehr mächtig für drei Mana. Das heißt, ich kann es in Boros immer und immer wieder zurückholen. Ja, deswegen Spiel, ich liebe das und ich mag auch das Artwork. Ich dachte am Anfang auch, dass das Artwork mich an Stigma-Lasher erinnert, aber es stimmt gar nicht, es erinnert mich eher an diesen Ember-Wild-Captain von Commander Legends. Der sieht auch so aus mit dieses Feuerding, von dem die Tentakel so weggehen, aber es sieht cool aus. Ja, ich bin ja eigentlich auch ein sehr großer Stigma-Lasher, wie man weiß. Diese Karte ist nicht Stigma-Lasher. Wichtig ist, dass dieser Life-Can't-Be-Gained-Effekt nur applied, wenn auch wirklich durch den Effekt, dass diese Karte Schaden erlitten hat. Ich habe so viele Leute gesehen, die genau wie Stigma-Lasher sofort hatten und dann spiele ich auf ihr ein Chandras Ignition oder ein so. Liest euch die Karte nochmal durch. Es geht nur durch den Effekt. Es geht nur durch den Effekt. Nur dann lockt es euch aus. Es ist nicht Stigma-Lasher. Ich mag sie aber trotzdem, weil ich kann einfach nicht böse sein, wenn ich einen Stigma-Lasher sehe. Das ist so eine Specialty-Karte von mir. Sie ist in Rot, sie ist in mir war. Ich glaube, sie kriegt ein Spiel, auch wenn sie ein bisschen mehr Hubs hat, als viele Leute denken. Ja, ich finde sie voll geil. 3x103, 3x103 und Leute können nicht mehr Leben gainen, die Runde. Und Damage, wenn Damage gedealt wird. Weißt du, nur wenn du das Liegen hast und irgendjemand anders ist auf der anderen Seite des Feldes mit seiner 2020-Trample. Ah ne, Trample funktioniert ja nicht, weil dann würden nur drei Schaden zu. Genau. Sie sagen, ohne Trample, 2020 ohne Trample. Gibt's auch. Habe ich schon gegen verloren. Und ja, ne, finde ich schön. Die hatte fliegend, also da hätte es jetzt nichts ausgemacht, aber ja, ich finde den Effekt sehr schön. Und ich mag tatsächlich auch das Artwork. Ich war, ich habe die ganze Zeit, als Jochen das Artwork angesprochen hat, weil ich so, ich finde es ein bisschen lame. Und dann bin ich auf der anderen Seite aber so, nee, ich glaube, ich finde es gerade so cool, weil es so symmetrisch aussieht, aber die Symmetrie an so vielen Stellen mit den Fingern etc. bricht. Ich finde die schon sehr nice. Ich weiß, woran mich das erinnert jetzt. Jetzt ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. In der Diablo 2 Zwischensequenz ist zum einen, Tyrael steht so da, aber halt mit Blau Licht-Tentakel. Das sieht so ähnlich aus. Und Tal Rasha hat auch diese Tentakel, also diese Mumienbinden, die um ihn rumfliegen. Ich glaube, daran hat es mich unbewusst erinnert. Das hat auch noch dazu beigetragen, dass ich es cool fand. Mich hat es eher an Stranger Things erinnert. Ja, doch, das kann auch sein. Aber das ganze ist erinnert an Stranger Things. Ja, hier meine unpopular Opinion, weil ich war ja tatsächlich auf das, wo man eigentlich einigermaßen gehypt und ich glaube, wir haben einige Sachen gehabt und wie sich schon im Verlauf des Podcasts herausgehört hat, ich bin sehr negativ den Set eingestellt, wobei ich mich eigentlich, ich war am Anfang vom Jahr noch so, okay, das könnte cool sein. Ich schau mal. Dann habe ich die ersten Karaten gesehen und das könnte schon ganz cool sein, aber es hat mich halt doch irgendwie komplett gemisst. Und der Grund dafür ist, ich mag die neuen Karatypes nicht. Ich bin allgemein nicht so der große Fan von Uncharted als Thema. Viel der Anspielungen taugen mir das und auch wenn da individuell coole Karaten drin sind, ist mir der Flavor von manchen davon einfach also quasi, finde ich, ist aufgedrucken oder passt sich so nicht in das ein, was ich mir gerne in den Ordner packe oder weswegen ich gerne raushaue. Gleichzeitig muss ich halt auch sagen, wenn ich jetzt at Draften gehe, sehr viele der Rares sehen unplayable aus. Und das ist für mich dann auch nochmal wichtig für Draft, weil ich allein sehe, da ist eine ganze Cycle an Playlines drin, die, wenn du sie in Draft öffnest, halt instant in Darts sind. Es gibt, es sind außerdem diese teuren Playbooster und es gibt kein Showcase-Frame, wo was garantiert ist, was ich ja zum Beispiel schon im Bloomberg angeprangert habe. dass das eigentlich für den neuen Preis sein sollte. Und für mich ist jetzt einfach so viele Sachen on top draufgesteckt, wo eins individuell macht mir kein Set kaputt. Aber das sind so viele Sachen, dass ich zwar auch, wenn da coole Sachen drin sind und ich vor allem großer Fan bin von Valgavoth und Nashi, ich sehe mich halt einfach nicht zu diesem Set gedanklich zu returnen. Ich habe mich auch nicht dafür wirklich interessiert, als die Spoiler angefangen, haben und dass wir heute Spiele oder Exib machen, war eher eine Sache von, ach ja, das kommt ja bald. Okay. Also, wenn ich halt sagen kann, ich könnte dieses Produkt 100% lassen und mein Enjoyment des Spiels ist in keinerlei Weise impacted, dann finde ich, hat das ein bisschen, ist für mich ein bisschen ein Fail. Und ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt oder vielleicht nicht solche starken Meinungen habt, weil ich glaube, keiner von euch hat solche starken Meinungen über das Set wie ich. Da bin ich mir sehr sicher, weil ich bin nämlich einer der größeren Hater davon. Sorry, aber ich weiß nicht. Also, ich muss halt leider sagen, dieses Produkt ist nicht für mich. Ja, ich habe mich am Anfang, als wir es besprochen haben, in dem, in unserem Ausblick und als es so darum ging, hey, cool, und dann dachte ich, also die Idee an sich finde ich immer noch cool, von diesem Haunted House, das sich über die ganze Plane legt, aber es lässt mich total kalt und das weiß ich nicht genau, woran es liegt, das kann das sein, dass es für mich einfach Stranger Things das Set ist, wobei ich Stranger Things mochte, aber das Set funktioniert nicht bei mir, also das funktioniert nicht auf einer emotionalen Ebene, dass es irgendwie verfängt. Bloomberg war niedlich, das hat noch funktioniert, das hier ist, das hat auch diese Beasties, aber das interessiert mich, ich hab kurzum, ich hab nicht genug Lust, mich in dieses Set rein zu investieren, so von der Lore und von der ganzen Umgebung und die ich find auch nicht übertrieben viele Karten jetzt richtig, richtig geil in dem Set und dann find ich's fast ein bisschen schade, dass halt jetzt, also dass das ja halt dann mit Foundations endet, aber das letzte große Set ist Duskborn und ich find's so als, als Bang am Ende von einem Jahr find ich's schwach. Plus, ich hätte eigentlich mir gewünscht, ich find's nicht schlecht, wie Räume umgesetzt sind, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn Räume ein Battle-Type gewesen wären, weil man sich aus dem Raum rauskämpfen muss und Battles zu tracken ist zum einen einfacher und zum anderen ist Battles sind auch interessanter, also die sind einfach spielmechanisch find ich interessanter, aber gut, das kann ich jetzt nicht ändern, das ist halt so, ich hätte's nur schön gefunden, wenn man vielleicht auch einfach mal zu Battle zurückkommt. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ein schlechtes Spiel ruiniert kein Ruf, ein mittelmäßiges tut es. Also ich, das Set hat mich auf eine gewisse Art und Weise enttäuscht, die es mir nicht kaputt macht, aber es ist, und ich bin mir nicht sicher, wie ich das ausdrücken soll, es ist mir nicht ganz dunkel genug, es ist immer noch alles sehr Fun and Giggles, das ist schon, die sind schon noch Fun, die Karten, die schaust du an, abgesehen von den Puppenkarten, die sind absolut, die sind großartig, also schlecht, aber es ist trotzdem immer noch dieses, oh ja, wir müssen ja auch Peggy 13 oder was auch immer Magic ist, glaube ich, irgendwie sein, und ich finde, manche Artworks sind schon derbe und sind schon auch dark, aber trotzdem komme ich nicht drum rum zu sagen, so dieses, dafür, dass das das Horror-Set ist, finde ich es schon sehr, es ist halt, es fühlt sich für mich an wie Gänsehaut-Horror, wisst ihr, was ich meine, früher die Bücher, Gänsehaut, die waren schon gruselig, weißt du, als Kinder, das ist genau das, aber das ist halt auch etwas, wo ich sage, ja, Magic ist jetzt halt 30 Jahre alt und wahrscheinlich die, das Fandom wird halt auch älter damit, ich finde schon, dass sie ein bisschen, ich will nicht sagen, derbare Themen behandeln müssen, aber ich, oft in den Artworks wirkt es für mich sehr als, oh, da dealen wir nochmal zurück, das ist ein bisschen zu krass, lass uns da mal hier irgendwie nochmal lustig, lustig, fun, fun, irgendwie was reinmachen oder es noch ein bisschen mehr Comicky machen, deswegen, in der Richtung hat es mich enttäuscht, weil ich mir eigentlich erhofft hatte, so zu Halloween, oh, da kommen richtig darke Sachen und es wird richtig übel, in manchen Teilen finde ich tatsächlich, äh, finde ich tatsächlich Wilds of Eldraine, das Set, mit dem ich ja angefangen habe, dunkler, weil dann so Sachen kommen wie, oh, keine Ahnung, Hänsel und Gretel, Kinder essen und so was, das sind so ganz andere Thematiken und hier ist es irgendwie so, oh, alles will mich, will mich bekommen und wir müssen ausbrechen wie so ein fetter Escape Room, was das ja im Endeffekt ist. Wo es mich überrascht hat, auf eine Art und Weise, dass ich, äh, trotzdem Gefallen an dem Set finden kann, ist gerade, dass es so viel Enchantments hat, dass es so Enchantment Matters ist. Das ist etwas, entweder ich hab das nicht mitbekommen, als sie das gesagt haben, oder, äh, oder, keine Ahnung, oder sie haben es nicht gesagt, aber als dann die Precons vorgestellt wurden und dann so ein, hey, hier, das geht viel auf Enchantments und die Räume sind auch Enchantments und hier die Glimmer, die erstellen irgendwie, äh, Enchantment Tokens und so was, da war ich, da war ich ein bisschen angefixt, weil ich, ich fand Enchantments immer sehr, sehr geil, weil ich den Effekt einfach mag, ich zahle für eine Karte und sie bleibt den Rest des, äh, des Spiels auf dem Ding liegen, wenn sie nicht removed wird und gibt mir Effekte. Das sind so passive Bugs, Buffs nenne ich immer, die mag ich sehr gerne. Deswegen ist das etwas, wo es mich tatsächlich wieder so ein bisschen reingeholt hat. Aber, muss das jetzt in einem Horror-Set gemacht werden? Ich finde nicht, wenn ich, wenn ich quasi was, äh, zu sagen gehabt hätte in dem Design-Prozess, hätte ich gesagt, Horror ist für Kreaturen. Das ist ein Creature-Heavy-Deck, vielleicht auch mit ein bisschen mehr, äh, keine Ahnung, ne, ich weiß nicht, Creature-Heavy, wie das mit der Anzahl ist, aber ein bisschen mehr, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Designer, aber, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, auch vom Grafikstil, also, wenn man mal guckt, viele Karten von früher, so fünfte Edition, der Negrit oder sowas, die sind viel gruseliger als alles, was in, was in Duskborn durch die Gegend läuft. Also, der Negrite, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, ich kann mal gucken. Was ich halt sagen möchte, ich hab kurz in Kompass-Themen was gepostet, schaut euch an, das ist ja auch hier eingeblendet im Video, das ist einfach mal eine Random-Reihe, die ich auf einer Spoiler-Seite, Mythic-Spoiler gesehen hab, wo Unwanted Remake hat ein Artwork, wo jemand so in so Motten effektiv zersetzt wird, dann hast du dieses Enchantments, dieses Fear of Failed Tests, was so eine Kreatur aus lauter Papier macht, dann hast du einen Klassiker mit einem Geist, das Backdoor Snatcher, du hast Pyroclasm, was dieses feurige aus Avacyn hat, und dann hast du am Ende Frantic Strength, wo ein Dude in Neonfarben am Boden mit einer Lampe liegt und sich gegen irgendwas ... Also, es ist die tonale Inkonsistenz an der ganzen Sache, die auch viele Horror-Remakes kaputt macht. Das ist, glaube ich, das, weil wenn man sich viele der originalen Horror-Remakes Horror-Filme anschaut, dann sind die so ernst und ehrlich in ihrer eigenen Welt, wie zum Beispiel auch wenn Nightmare on Elm Street, wenn man sich den ersten anschaut, der so ... Haha, du hast diese kleinen Szenen, die so dann aus dem Kontext gerissen werden, mit dem ... I'm your boyfriend, wo dann aus dem Telefonhörer die Zunge rauskommt. Und du hast diesen quasi eigentlich horror-mäßig lustigen Moment. Du hast diesen Moment zweimal in den ganzen Filmen, eineinhalb Stunden. Und der ist ... Selbst im Kontext ist er vielleicht auch nicht lustig angesehen. Beziehungsweise er ist vielleicht außerhalb vom Kontext lustig. Aber wenn du ihn tatsächlich in der Ding anschaust, dann ist der tatsächlich super gut aufgebaut und gruselig. Und er ist nur lustig, wenn du ihn außerhalb vom Kontext nimmst. Und viele der Karten schauen eben genauso oberflächlich im Artwork und im Setdesign genau da drauf, auf diese Horror-Remake-Sache. Und da fehlt mir so die interne Ernstigkeit. Also weswegen ich auch zum Beispiel Alien, den originalen Alien, einen besseren Film finde als Aliens. Mhm. Weil ich weiß, dass es ... Jochen sieht mich schon an, als wäre das so ein richtiger Hot-Take, aber ... Nein, ich finde nur, dass ... Da müsste man länger drüber diskutieren, denn das sind zwei unterschiedliche Arten von Horror. Genau, genau. Das sind unterschiedliche Arten. Aber der erste packt mich halt mehr, weil er so in sich selbst revolutionär war und halt auch geschlossen. Und diesen Ton möchte ich haben. Und es gibt zu viel, was ihn einfach bricht. Und das ist so schade. Weil das Potenzial ist da. Ja, wo wir grad bei Ton sind, ich glaube, so ein bisschen geht's mir. Weil ich erinnere mich noch damals, als ich 13 war, 14, lass es so alt sein, wo ich meine Magic-Karten in der Hand hatte und nicht ein Pack und nicht Terror geöffnet hatte. Und diese Karte, die verfolgt mich bis heute. Diese Karte ist der Inbegriff für mich von Magic. Ja. Dieses Original-Artwork. Ich hab's grad mal in den Chat reingepackt. Der Mann, dieser verrückte Mann, der sich so zusammengründet. Genau. Das ist für mich Peak-Magic-The-Gathering-Kart-Design. Also, zu der Zeit hab ich nicht viel davon verstanden. Aber dieses Bild, dass auch so viel Schwarz-Base irgendwie ist, dass er nicht zentriert ist. Dass so ein bisschen die Norm bricht. Und das ist das ein bisschen, was mir in dem Set ein bisschen fehlt. Das ist alles ... Auch die Designs, die sind wunderschön. Das will ich gar nicht sagen. Die ganzen Artworks, die sind super sexy. Aber es ist halt auch alles sehr erprobt. Es ist alles ... Ich schau diese Karte an und ich seh, das ist eine Magic-Karte. Und ich hätte mir in dem Set gehofft ... Und ich glaub, sie haben's ja so ein bisschen probiert. Wir haben ja ein paar Karten drin, die quasi ein Artwork haben ohne Monster. Und eins, wo sich irgendwie in jedem Artwork so ein kleines Monster versteckt. Und das ist cool. Ich mag den Ansatz. Aber auch diese Monster sehen aus wie Schatten mit Gorglie-Eis drauf. Das sind Dinge, die kann ich nicht wirklich ernst nehmen für ein Horror-Set. Und deswegen ... Ja, das ist ... Vielleicht ist das alles, was mir an dem Set fehlt. Also so ein bisschen dieser derbe, darke Artstyle. Aber vielleicht ist das auch etwas, was halt mit der Zeit verloren gegangen ist. Oder halt vielleicht auch etwas, diese Sachen ... Ich mein, das hab ich als 13-, 14-jähriger Junge gesehen, dieses Artwork. Vielleicht ist es genau der Grund, warum es mich damals so erschrocken hat. Weil ich halt noch nicht so ein abgehärtetes Stück war wie heute. Sagen wir mal so. Ja, also ... Ja, doch. Auch die Sachen, an die sich's anlehnt, sind ja härter. Also, wenn ich jetzt mal ... Wenn ich jetzt sag, das ist Stranger Things the Set, dann zeigt mir halt irgendjemanden, der Dünger frisst oder so was. So richtig eklig. Also so richtig, richtig eklig. Und es muss ja nicht immer heißen, es ist eklig, weil es ein Monster ist, dass da so Schatten ist mit einer Axt. Sondern es kann ja was sein, weil jemand was gegen seinen Willen tut und das auch begreift, während er das macht. Also es gibt genügend Magic-Karten. Innistrad zum Beispiel ist, finde ich, in vielen Belangen einfach gruseliger als jetzt das Set. Und Innistrad ist auch immer ein Horrorset gewesen, weil es halt diesen Gothic-Horror hat. Aber da sind oft Sachen dabei, die finde ich ekliger, wenn irgendjemand riesige Tausendfüßler züchtet und die dann mit Fremden ernährt oder so was, das ist irgendwie widerlicher als Duskmon. Duskmon ist so ein bisschen, Duskmon ist so ein bisschen wie wenn man einen Themenpark baut, um Horror rum, aber man möchte ihn gleichzeitig familienfreundlich machen. Ja. Oder wenn du dir das Artwork anschaust, wie Michaelos, der Lunarch, mit diesen 10.000 Kerzen, die da umgeben sind aus, wenn wir schon über Innistrad reden, und so, er soll der Gute in Anführungszeichen sein, Teil von der menschlichen Resistenz. Und er ist halt durch dieses gotische, fast Idol-Gottheit, er kommt mit so viel mehr Macht und Intimidation rüber, als viele der tatsächlich krassen Monster aus der Set. Und was ich eben denke, und das ist halt reine Spekulation, ist, dass, also nicht nur wegen dem PG-13, ich glaube, viele der Artworks sind auch damit konzipiert worden, und man hat einfach verschiedene Prompts gegeben. Man wollte halt einen Tribute machen, und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich finde Horror cool, und Horror kann man halt einfach so unglaublich umfassen, und statt ein Thema zu wählen, haben sie gesagt, wir machen es für alles. Das Problem ist halt nur, dass dieser tiefe, dark, psychologische Horror ohne Ernstigkeit sofort stirbt. Und, ja, und das auch tonal, und der leidet darunter. Weil man kann beides haben, man kann die Goonies haben, auf einer Seite, und man kann, sagen wir mal, der Antichrist haben, auf der anderen Seite. Aber wenn du die Goonies in der Antichrist packst, ist egal, was in der Antichrist passiert. Der eine Faktor wird das andere so extrem aus dem Weg werfen, aber das ist nicht umgekehrt so. Und das heißt, auch wenn es ein kleiner Teil ist, ist das so ein korrupierender Teil. Quasi der eine Apfel, der dann dafür sorgt, dass alle anderen kaputt gehen. Der eine faule Apfel. Und dadurch fällt so diese Diversität vielleicht ein bisschen zu sehr, geht sie unter. Weil wenn du jede Karte individuell anschaust, ich glaub, es sind sogar mehr Artworks von diesen Monstern, von da, wo es funktionieren wird, individuell. Aber es reicht, wie in dem Bild, was ich gezeigt hab, eine Karte in der Reihe, um alles, um die ganze Balance zu zerstören. Ja, voll. Ja, absolut. Ich find auch, also weiß ich nicht, für mich ist es so Sachen wie, wenn man sich Dinge wie Orphans of the Weed anguckt, das ist halt ganz klar, das sind die Dorf der verdammten Kinder, bloß dieses Stephen King-Ding mit dem hohen Gras. Die finde ich, das Artwork ist cool, weil das ist halt nicht, die haben keine Reißzähne oder so, die sind einfach nur seltsam und schauen dich alle an. Und dann kommt halt so Piggybank. Okay, das ist halt ein Sparschwein und das hat unten am Bauch so einen Maul mit Zähnen dran. Das fänd ich cool, in so Filmen wie Krampus oder sowas. Da ist es ganz witzig, wenn man sowas macht. Aber es passt nicht zu dem Vibe zum Beispiel von Valgavoth dazu. Meiner Meinung nach. Und das, dann bin ich voll bei Freddy. Dann ist es halt, ich werde mir die Piggybank wahrscheinlich viel länger merken als die Orphans of the Weed, obwohl die für mich das coolere Artwork haben. Ja. Ja, ich habe ein Beispiel noch reingetan als Positivbeispiel für Horror, den ich sehr gerne mag in Magic the Gathering Karten. Das Wechselbalk ist eine Stammelspontanzauber und das Artwork von diesem Ding wird quasi ein Kind ausgetauscht gegen ein Changeling-Kind. Und allein die Thematik, allein die Thematik, nur ohne das Bild jetzt gesehen zu haben, ist schon so krass. Du nimmst jemand ein Kind weg und ersetzt es durch ein Changeling, quasi eine Kopie von diesem Kind, ohne dass die Eltern es wissen. Das ist schon, das ist etwas, wo ich sage, da läuft es mir da schon krass den Rücken runter. Und dann, wenn ich das Artwork mir noch anschaue, was richtig schlimm ist. Also ich, super geil, ich finde es so total cool. Aber, like, richtig schlimm. Das ist, ja. Aber ich meine, da kann man, man hätte, hätte Fahrradkette und sowas. Ja, genau. Wir sind ja auch nicht die Designer. Wie gesagt, im Worst Case gehe ich von dem Deck, von dem Set weg und habe ein paar coole oder habe ein cooles irgendwie Enchantress-Deck, was ich schon immer machen wollte. Und im Best Case habe ich sogar irgendwie noch ein Halloween-Deck, Mono-Schwarz, mit Walgeworf an der Spitze. Und ja, schauen wir mal, weil ich glaube, das könnte schon cool werden. Und eventuell reißen es ja auch die Precons für uns zumindest noch raus. Die besprechen wir in der nächsten Folge. Schauen wir uns die an. Das kann ja durchaus sein, dass es da auch noch mal irgendwie ein Shift in der Tonalität gibt, aber da müsst ihr jetzt einfach auf die nächste Folge warten. Ja. Bevor wir nochmal Schluss sagen, weil ich dieser End of ... Normalerweise ist diese End of the Episode Discussion im Spiel, würde ich sie nicht annähern, so lange wie hier. Das ist quasi doch fast so eine eigene kleine Folge. Aber deswegen, das hilft uns leider nicht drin, wir haben halt ein paar vertragliche Verpflichtungen. Und die sind halt zum Beispiel, dass wir es zweimal hier Ultimate Guard nennen. Wir zum Beispiel den Alchemic Bowlen, auf die mich tatsächlich Marius gebracht hat, die cool sind. Die offiziellen Artworks von Bloomborough machen jetzt auch Ultimate Guard. Wenn ihr euch noch was Schönes gönnen wollt, die sind so geil, diese Xenoskin-Teile. Ich hab mir Maha gekauft. Ja, ich hab auch vier Stück, hattet ihr auch auf dem Command fest dabei. Ja, auf jeden Fall mega gut. Sleeves, Hammer. Playmats bringen sie auch immer sehr gute raus. Also ich kann mich halt wirklich in der ganzen Reichweite über nichts wirklich beschweren. Ja. Sie sind immer die Besten, sie sind entweder die Besten oder ein Contender für die Besten in Gera-Kategorie. Ja. Und das kann man nicht von vielen behaupten. Und wenn ihr einen kleinen Tipp haben wollt, von wegen, oh, ich weiß nicht, was für eine neue Sleeve Farbe ich nehmen möchte. Ich hab die Transparenten probiert und die sind super sexy und die fühlen sich auch wahnsinnig gut an. Und es ist schön, wenn man einfach mal wieder die Rückseite von Magic-Karten zu sehen bekommt. Das war etwas, wo ich nicht gewusst hatte, dass mir der Anblick so gut gefällt. Müsst ihr natürlich drauf achten, keine Decks mit doppelseitigen Karten, weil das wäre ein bisschen unfair. Dafür hab ich zu viele Karten, die so ein bisschen kaputt sind. Das sieht dann sehr, sehr aus. Oh, Jochen, cheated. Ich hab noch eine Horrorgeschichte gehabt von jemandem verkürzten, weil für manche Leute wäre das eine, die hatten Sleeves von zwei verschiedenen Grüntönen und erst hab ich gedacht, oh Mann, du hast ja Länder in einen und nee, nee, nee. Es war einfach Wild-50-50 gemischt ohne Reim oder Reason. Oh Gott. Wieso? Instant gruseliger als Duskmon. Damit ihr das nicht machen wollt. Ich weiß auch, wie das das Stande kommt. Ich bin auch letztlich in dem Decks gerade auseinander. Wir haben ja in unserer Tabularase-Folge drüber geredet und dann sammle ich halt die Sleeves ein und dann sind die einen halt grün und die anderen sind halt ein bisschen mehr grün und ja, dann mischt man die zusammen. Oh Gott. Das ist für mich persönlich Horror. Was eure Horrorgeschichten sind at edh-kompass. Oh mein Gott, ich darf zwei Stunden schneiden. Ja, Freddy hat jetzt richtig Spaß. Ihr könnt in die Kommentare kommen, könnt uns sagen, was eure Spiele oder Exilpics sind, ob ihr mit uns dann einverstanden seid. Ihr könnt euch gern sagen, ob das für euch funktioniert, das Horror-Themen von Duskmon oder halt nicht und ob ihr das jetzt macht oder nicht, es wird die nächste Folge kommen, auf jeden Fall zu den Pre-Cons und dann hören und sehen wir uns wieder. Und meine Kamera, war jetzt nicht runtergefallen. Lies mal. Weil sie von Geistern behütet wird. Panzer Taip. Das war jetzt nicht runtergefallen. Das war jetzt nicht runtergefallen. Das war jetzt nicht runtergefallen. Das war jetzt nicht runtergefallen.